Ein berittener Käse. Jetzt haben wir das auch geklärt. Ich gebe auf. Und wie wir wissen, ist der Mund aus Käse? Christian, bei uns ist es genau umgekehrt. Wenn wir Steam Deck sehen, dann denken wir zuerst an das Stream Deck, weil für uns war das Stream Deck zuerst da. Das Stream Deck, ganz genau. Und dann kommt hier Ralf mit seinem Steam Deck. Und Leute, die nicht Video produzieren, die kennen halt erst das Steam Deck und dann das Stream Deck. So sieht das aus. Das ist immer eine Frage des Bezugspunktes. So, jetzt wollte ich doch noch hier mal kurz den aufmachen. Das ist nämlich, bumm, da ist eine Webpage. Die muss ich noch ein bisschen kleiner machen. So, den kann man das lassen. Zu Boden werfen. So kann man das lassen. Was willst du? Alles gut. Jetzt wird hier nicht Brian zu Brian gedingst. Schleudert den Purschen zu Boden. Schleudern, bitte. Patrick, nicht werft. Schleudern. Schleudern. Schleudert den Purschen zu Boden. Purschen. Also wenn, dann musst du auch schon den Sprachfehler ordentlich. Ich, also wirklich, ich bin entrüstet. Ja, wir sind alle Individuen. Ja, wir sind alle verschieden. So, habt ihr auch alle schön den Happy Shooting, den Ankündigungsdingens geboostet? Nein, natürlich nicht. Ich wohl. Pass mal auf. Copy Link zum Post. Ja, uns fehlt da, uns folgt da niemand. Warte mal, ich packe das mal eben schnell hier in den Slack rein. Und dann post, hängt das doch mal an diese, an diese Mastodon Spamwelle mit dran, dass das einfach alles... So, so diese japanische Spamwelle, vor der ich nichts mitbekommen habe. Also null. Ich wollte es auch nicht. Ja, das liegt daran, dass ich an Liste poste. Also über, über die Erklärung, dass das sie gibt. Ja, aber ich habe, ich habe keinen einzigen Spam-Post bekommen. Direkt habe ich keinen gekriegt. Und das liegt wohl daran, dass die sich an, äh, an Posts dranhängt, die nicht anlistet sind, die also listet sind auf, quasi für alle Public. Und das ist das, äh, das ist das Unterscheidungskriterium. Und es hat sich wohl rausgestellt, dass es sich dabei um ein, um einen automatisierten Beef zwischen zwei Menschen handelt. Exakt. Und das, so schnell wird das auch nicht weggehen, wenn die ihren Beef nicht beilegen. So fragil sind diese, sind diese Online-Systeme. Der Bot läuft ja von alleine. So fragil, aber ich sage, also auch das Spam-Management in, in Mastodon, auch auf dem Server, soll wohl recht rudimentär sein, habe ich mir sagen lassen. Ja, man geht halt von netten Menschen aus. Ja, das ist halt das Problem. Ich meine, ich, es gab auch mal, es war auch mal das, das, das Haupt-Behikel, um auf Server zu gehen, hieß auch mal Telnet. Wo du einfach durch simples Packet-Sniffing halt dir die Passwörter raussniffen konntest und so. Das ist aus heutiger Sicht völlig indiskutabel. Oder E-Mail. Alle, alle mit offenem Port 25 und so. Und mir ist ja quasi Postkarte, kannst du überall mitlesen. Ja, nicht nur das. Du konntest halt früher auch quasi über jeden Rechner irgendwie E-Mails verschicken, konntest dein Spam irgendwo hinbringen. Und der hat den dann für dich verschickt. Es ging halt darum, eine Nachricht zu verschicken. Und böse Menschen hat keiner gedacht. Es kommen immer diese bösen Menschen und machen alles kaputt. Naja, es ist halt, es ist halt, ja, dieses Gute im Menschen, das ist halt so ein Ding. Weil wenn es nämlich alle nur gut meinten und respektvoll miteinander und der Technik umgingen, dann wäre vieles so viel schneller und so viel einfacher und so viel besser. Wenn. Und nur wegen dieser fucking Idioten da draußen muss man so einen scheiß Aufwand betreiben oder bestimmte Dinge einfach gleich überhaupt komplett lassen, weil man gar keinen Bock hat, sie zu machen. Ja. Das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal eine Sendung. und dann wird alles gut. Alles bleibt gut. Die heutige? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Nee, nee, natürlich wieder, ich dicksele natürlich wieder nicht hier drin. Moment. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Tralali und tralala, tralali und tralala, und zwar bitte ich dich mal kurz, deine Aufmerksamkeit gegen Ende der Sendung, also wenn, dann, das zu richten. Siehst du, was ich meine? Siehst du, was ich meine? Was denn? Kurz vor Ende der Sendung ist gerade noch ein Item aufgetaucht. Bei mir nicht. Doch. Vorletztes Item. Zwischen HS-Fragen und Ende. Da ist nichts aufgetaucht. Wir sind aber schon bei der 8,40, oder? Ja. Dann mach mal, dann mach mal ein Refresh, dann ist irgendwie gerade der Push langsam. Das Tool schleppt sich auch manchmal ein bisschen hin. Jetzt ist da was aufgetaucht. Oh, was haben wir denn noch zu tun? Oh, oh, warte mal. Eben. Gut, dass ich das jetzt gesagt habe. Weil das Mitdenken ist halt so eine Sache, ich verstehe schon. Ich habe ja auch nicht mitgedacht. Ich habe ja auch nicht mitgedacht. Lass mich mal. Lass mich mal. Wir haben ja noch auch ein. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Christian. Heute müssen wir uns mit SPF und Dekim rumschlagen. Wir haben nämlich eine Aufgabe aufzulösen, weißt du? Hören Spaß. Oh, da müssen auch noch Links rein, oder? Mhm, kommt gleich. Dann mach du mal. Aufgabe auflösen. Zack, da ist ein Link. Ei, 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 lass mich da gleich mal durchgucken. Kann ich ja den Pre-Show noch mal ranmachen, ne? Dann machen wir das. Oh, schön. The Pre-Show. Das sind gar nicht so viele. Also diesmal können wir mit einem Würfel würfeln. Das ist ja schade. Kaum gibt es keine fetten Geschenke. Aber wir haben noch Geschenke, ne? Ich glaube, du hast noch was. Irgendwas habe ich da noch. Christian, du hast eine Mail geschickt. Also wenn du jetzt gerade an Happy Shooting eine Mail geschickt hast, dann wirst du in dieser Sendung ganz sicher keine Bedrohung mehr finden können. Weil so spontan sind wir nicht. Ich weiß aber auch nicht, zu welchem Thema. Das vorherige Thema. Hier steht Message Retracted. Was? Message Retracted? Ja, das ist auf dem YouTube-Kommentar-Stream. Hat jemand was geschrieben und dann hat das wieder weggelöscht. Macht nichts. Wahrscheinlich war das eine wüste Beleidigung der Moderatoren, diese Sendung. Vermutlich. Zurecht natürlich. Mit so einem getanzen hier. Du, Beleidigungen in unsere Richtung sind immer zurecht. Ja. Weil wir üben ja noch. Weißt du? Die ersten tausend sind ja mal zum Warmwerden. Die ersten 17 Jahre, die sind halt. Sollen wir mal anfangen? Können wir denn jetzt anfangen? Ich versuche es mal. Soll ich? Mach mal. Muss ich einen Knopf drücken? Soll ich? Also. Die heutige Folge wird euch präsentiert von... Halber Rahmen. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Und hier ist der Boris, der sich freut. Und da hinten ist der... Chris. Tag. Du freust dich? Echt? Freust du dich nicht? Äh, doch. Theoretisch. Ich freue mich Dienstag immer. Immer. Dienstag ist Happy Shooting Tag. Ich bin schon den ganzen Tag heiß auf heute Abend. Bist du das? Endlich. Und hier sind eure Moderatoren. Boris und Chris. Ich glaube, ich muss noch den Audio-Stream auf live schalten. Weißt du, was du nicht verraten hast, ist, dass wir irgendwie so 10 Minuten vor Sendungsbeginn das Ding hier mal noch eben so hektisch zusammengestückelt haben. Nee, heute eigentlich nicht. Nee, heute nicht. Eigentlich nicht. Passiert ganz selten, aber manchmal passiert es halt doch. Es gab noch einen kleinen Add-on quasi so, als wir eigentlich schon aufnehmen wollten. Korrekt. Passiert. Ja. Wir sind Happy Shooting, der Foto-Podcast mit Boris und Chris. Es ist heute, wo wir das aufnehmen, der 20. Februar 2024 und live dabei ist auch wie sonst immer unser Kanal dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack. Ja, was haben wir denn noch so? Ach ja, Fragen, Beschwerden, Einwände, aber lieber so Fragen und Anekdoten dürft ihr gerne auf happyshooting.de slash hi hinterlassen. Das haben diverse Menschen gemacht und damit steigen wir jetzt gleich ein. Und zwar meldet sich Jürgen mit die sechste Generation der X100-Serie. Die Fujifilm X106 ist am Start. Ja, wissen wir. Werden wir gleich darüber reden. Werden wir gleich darüber reden. Ich finde es total interessant, wie viel Aufmerksamkeit diese Kamera gerade bekommt. Aber gut, dazu gleich mehr. Findest du. Okay. Ja, ganz offensichtlich sogar. Dann schon. Hi, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt im Link. Da hat er einen Link geschickt. Gibt es 25 Minuten aus der Sigma-Fabrik in Japan. Sau spannend. Aber Hinweis einfach ignorieren, falls schon bekannt. Ignorieren tue ich es nicht. Aber wir haben es schon gebracht. Du weißt, in welcher Sendung? Folge 828. 828, genau. Da könnt ihr einfach nochmal reinhören. Das hat uns nämlich auch Spaß gemacht, dieses Video aus der Fabrik, wo diese Objektive hergestellt werden. Die Sendung hieß, ein wurstförmiges Auto. Wie so Sendungen halt so heißen. Ja, also falls ihr sie sucht, entweder 828 oder nach wurstförmiges Auto suchen. Genau. Wir hatten ja letztes Mal geredet. Kleines Follow-up. Also das waren ein paar von euren Kommentaren. Am Ende kommen noch ein paar Fragen, die wir jetzt am Anfang erstmal noch weglassen. Wir hatten letztes Mal das Thema mit dieser blauen LED. Du erinnerst dich? Ja. Diese Veritasium-Sendung. Und da wir alle vor, da wir jetzt alle wahrscheinlich gerade in ein Gerät reingucken, was ohne blaue LEDs nicht möglich wäre, war das doch ein sehr interessantes Thema. Auch die Displays auf unseren Kameras und überall. Blaue LEDs sind einfach sehr wichtig. Und da hatten wir postuliert, dass das der Beginn der blauen LED wäre, mit Galliumnitrit auf dem Halbleiter. Stellt sich aber raus, dass es wohl davor auch schon blaue LEDs gab. Hier ist ein John Audio Tech, der hier blaue LEDs vorführt, die es davor schon gab. Und zwar auf Basis von Siliziumcarbid. Die sind, die sind, im Vergleich dazu, die Galliumnitrit-LED-Blaue, die hat halt Licht. Die anderen, die haben halt quasi fast kein Licht. Man sieht hier sehr deutlich den Unterschied. Also es gab welche, aber die waren so, die waren nicht, die waren kommerziell nicht brauchbar. Die hatten nicht wirklich, die strahlten nicht wirklich. Übrigens, wir haben das hier vielleicht den Anschein erweckt, dass dem so sei. Aber erstens sind wir ja hier nicht der Produktentwickler-Podcast, sondern haben auf ein Video verwiesen, in dem es um diese Entwicklung ging. Und haben natürlich das uns rausgepickt, was spannend war. In diesem Video, was wir aber in der Episode verlinkt haben, wo die ganze Geschichte erzählt wird, wird sehr wohl auch erwähnt, dass es schon vorher eben blaue LEDs gibt, die aber eben zum Problem hatten, dass sie viel zu schwach waren. Also viel zu wenig Leuchtkraft, viel zu teuer, zu wenig haltbar. Auch nicht so richtig blau, sondern eher so ins Violett gedriftet sind. Ich fand es sehr schön, jetzt mal tatsächlich hier im Video zu sehen, wie stark dieser Unterschied doch war. Weil das ist drastisch. Ja, die echten mal im Vergleich. Das ist tatsächlich mal schön zu sehen. Also auf jeden Fall danke für das Feedback hier. Aber schaut euch bitte unbedingt das verlinkte Video an. Also sowohl dieses jetzt hier mit dem echten Vergleich, als auch das vom letzten Mal, wo die ganze Historie mal aufgearbeitet wird. Da sieht man eben auch, wo da die Probleme lagen und warum das so ein Durchbruch war. Tja. So, hier im Follow-Up-Teil noch einen kleinen aktuellen Status zum Thema Buch. Die Einreichungen haben begonnen. Bilder kommen bis jetzt schon über 40 Stück und ich sichte sie. Und das, aber bis da Feedback kommt von meiner Seite, wird das noch ein bisschen dauern, weil ich muss ja, das Buch ist ja nicht nur Bildersichten, sondern ganz im Gegenteil. Die eigentliche Arbeit ist ja wo ganz anders. Eine Person hat schon über, oder hat schon 20 Bilder eingereicht. Da muss ich jetzt echt aufpassen, dass das nicht zu viele werden. So pro Kopf, weil das muss ja alles gesichtet und gemanagt werden. Also die Gefahr ist einfach, dass ich nachher zu viel Bildermanagement mache und das nagt dann natürlich an der, an der Zeit fürs Schreiben. Also generell ist das übrigens auch eine gute, ich sage mal eine gute Übung, die wir ja auch auf den Workshops und hier im Podcast immer wieder sagen, wenn man mal auch eine Ausstellung macht oder sowas, Auswahl treffen, weil weniger Quantität, mehr Qualität, das erhöht natürlich dann auch die Chance, ins Buch zu kommen, weil je mehr ich für so ein Thema sichten muss, desto weniger kann ich mich dann aufs einzelne Bild konzentrieren. Also die größten Chancen hat wirklich ein Bild, das auf ein nicht gängiges Thema geworfen wird und richtig gut ist. Dann kommt das quasi fast garantiert auch rein. Nur so. Es gab noch ein paar Fragen in der Buchgruppe auf dem Slack. Das eine war, schrieb einer, viele der Bilder, die ich einreichen würde, könnten zu verschiedenen Themen passen. Soll ich die mehrmals einreichen oder lieber nur einmal? Und du kannst sehen, wo sie am besten unterbringen möchtest. Bitte nur einmal, da wo es am besten passt, weil ansonsten siehe oben, sonst verzettle ich mich beim Bildermanagement. Oder ärgerst du dich, wenn du dann nachher zweimal das Gleiche gewählt hast, weil du zeitlich auseinander dann das Gleiche gewählt hast? Nee, das wird nicht passieren. Aber da werden ja noch ein paar mehr Augen, Gott sei Dank, draufschauen. Irgendwie muss man auch das Layout machen und so. Ja, da fällt es dann auf, aber das ist dann irgendwie ärgerlich, wenn man sagt, ach, jetzt mache ich das da schon. Es ist eher so, wenn ich da, wenn ich dein Bild sehe und mir dann quasi so einen Merker dran gemacht habe, also wenn ich sage, oh, das Bild ist klasse, ich werde die auch mit Sicherheit in meiner kleinen Datenbank, da habe ich dann so ein Feld mit ein bis drei Sternchen oder so, dann, und dann hinterher sage, oh, das wird aber für das andere Thema auch gut passen, weil dann habe ich es eh schon im Hinterkopf, das Bild. Dann nehme ich Kontakt auf. Zweite Frage, die kam, ist, möchtest du auch die Geschichte hinter dem Bild? In der Theorie schon, weil Bilder und Geschichten, es geht ja um Geschichten erzählen bei Bildern, für dieses Buch aber eher nicht. Da sollte das Bild für sich selbst sprechen, beziehungsweise für das Thema. Die Geschichten haben auch, also es gibt einfach keinen Platz im Buch für Geschichten. Dann müsste man, dann wäre das ein anderes Buch. Das heißt aber nicht, dass ich im Einzelfall nicht vielleicht doch irgendwo noch einen Hintergrund brauche oder so. Das ist mir für dich privat halt. Dann melde ich mich. Ja, es ist halt, also Management ist, ich jongliere nachher, also wenn es pro Kopf irgendwie zehn Bilder werden, dann sind das nachher 300 Bilder oder so. Potenziell sogar mehr. Also ich merke gerade, dass der Batzen des Bildermanagements schon recht groß werden kann. Das hat eine Chance, das ist ziemlich auszuufern. Also ich werde knapp halten. Macht trotzdem. Bild einsenden einmal. Naja, reicht ein, reicht auch mehrere ein, das ist schon okay, aber versucht mal so ein bisschen Auswahl. Ja, aber ein Bild einmal, das mal nicht zu machen. Ein Bild einmal. Ein Bild einmal. Und die letzte Frage, da hat noch jemand gesagt, ich habe auch einiges analog dabei. Ja, analog, digital, pinhole, was weiß ich, Kartoffeldruck, nee, das nicht, aber Cyanotipi, was auch immer. Also wenn es mit Fotografie zu tun hat und zu einem Thema passt, dann ist das Vehikel, die Technik völlig zweitrangig. Es geht ja um. Das wird ja auch ein Punkt sein, um den es halt gehen wird, schätze ich mal. Möglicherweise. Wenn es um Ängste geht. Möglicherweise. Also, aber wenn es geht, es läuft an, es ist toll, es ist schön. Und gerade mit analog rennt man bei euch eh offene Türen ein. Naja, es ist halt wichtig, dass es mit dem Thema dann auch harmoniert. Aber, es ist so. Es geht jetzt los. Ich habe es ja auch schon in der Gruppe gesagt. Es ist, es ist ja, ich mache das in dieser Form ja auch jetzt zum ersten Mal. Das heißt, wie es geht und ob jetzt irgendwie und so. Das wird sich alles halt noch irgendwie weisen. Aber wenn man nicht einmal irgendwann den, 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 den Anstoß macht, dann geht es halt gar nicht. Deshalb muss man irgendwann anfangen und dann so unterwegs quasi noch ein bisschen korrigieren. Und das machen wir gerade. So, genug dazu. Kommen wir zu den News. Wir, wir haben zur Fujifilm X106, die heute am 20. 2. offiziell verkündet wurde und Ende Februar zu bestellen ist. Zu den Details kommen wir gleich. Aber Chris, du wolltest was zum Hype darum erzählen oder fragen. Ja, ich finde es, ich finde es interessant. Die, die scheint irgendeinen Nerv zu treffen. Also die Fujifilm X100, wie gesagt, das ist jetzt die, die sechste, glaube ich, nach der S und der P und der La und der 5 und der 6. Also irgendwie. Ist einfach hochgezählt worden. Nee, nicht, die hatte so zwischendurch noch ein paar andere Buchstaben irgendwie. Ja, es gibt auch noch eine T und so weiter, aber das ist eine andere Serie. Gut, jedenfalls ist die, ist die jetzt quasi offiziell angekündigt. Natürlich auch gleich mit Videos hier von Peter Pixel und so weiter. Und ich habe heute tatsächlich so in meinen Social Media auf den diversen Plattformen und so drei oder vier Leute gesehen, die sagen, oh, und ich habe sie mir auch sofort schon bestellt. Ah, okay. Eine Person, die gesagt hat, boah, Gas, ich brauche das, ich muss das haben und noch mal zwei, also ich habe überdurchschnittlich viele Leute diese Kamera referenzieren sehen und mehrere haben sie sich gleich bestellt und ich sage jetzt mal so. Ich kann da vielleicht auch noch was dazu sagen, aber erzähl mal. Ich sage jetzt mal so, die zwei Dinge, die bei dieser Kamera, da werden wir gleich im Detail noch drauf eingehen, aber die zwei Dinge, die bei dieser Kamera irgendwo halt die großen Themen sind, ist der, ist der Sensor und dass der sich bewegt. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen und es gibt einige Sachen an dieser Kamera, die, wo ich mich frage, warum, um Gottes Willen, haben sie da nichts verändert? Also es gibt schon ein paar Bremsklötze, wo ich sage, boah, das ist aber hier und so. Aber trotzdem scheint die aus irgendeinem Grund fett abzugehen. Erzähl mal, erklär mal warum. Bevor wir auf die Details eingehen, mal so mein Take dazu. Zum einen ist Fujifilm von den Kameras her ohnehin eine sehr interessante Kiste, weil die Kameras gerne so auf Retro-Look machen, so auch diese X100-Serie. Also hübsch finde ich die, ja. Die erste X100, glaube ich, das war die erste, die so einen Hybrid-Sucher hatte, also einen optischen Sucher, der sich auch elektronisch umschalten oder eben kombinieren ließ. Das war ein sehr interessantes Konzept, das haben sie hier durchgezogen. Und ja, also es ist eine APS-C-Kamera, die sehr kompakt ist, sie hat ein festes Objektiv, das trifft halt oder spricht eine bestimmte Zielgruppe an, so wie diese Leica Q-Geschichten und so was. Also ich würde sagen, der Retro-Look ist das eine, die Kompaktheit, Fujifilm als solche, die offenbar sehr gute, also sie nennen es, glaube ich, Filmsimulationen, aber die halt JPEG-Entwicklung in der Kamera machen und zwar über das, was in anderen Bodies hinausgeht. Da kann man also auch verschiedene Rezepte einstellen und die auch untereinander tauschen in der Community. Das ist auch etwas Besonderes. Also du hast so ein Mitmach-Ding einfach auch dabei. Ich denke, dass das bei der X100 auch geht, also korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Aber, und das ist, glaube ich, einer der großen Gründe, die X105, also die V, die war relativ schwer zu bekommen. Die hatten da echt Lieferprobleme nicht, oder? Die hatten echt Lieferengpässe. Also die Produktion kam da mit den Bestellungen nicht nach. Das heißt, das war auch so ein Ding, wenn du die hattest, dann hattest du auch was Besonderes. Das hatte nicht jeder, selbst wenn er es wollte oder sie es wollte und auch bezahlen konnte und wollte. Und natürlich weiß ich, dass die Fujis also von Bildqualität über jeden Zweifel haben. Die sind gut, die haben tolle Objektive, die haben eben diese ganzen Filmsimulationen drin, die tatsächlich bei den Leuten auch einschlagen, weil die halt ihre klassischen Fuji-Filme dann nachbilden in verschiedenen Variationen und so. Das ist schon, das ist schon, das ist schon cool, gut und auch, ich weiß auch, dass viele Leute, die eine Fuji haben, dann bei Fuji bleiben, weil die Bedienung toll ist und weil es halt irgendwie gut in der Hand legt und soweit gut passt. Sehr klassische Bedienung, mit dem Rad oben drauf, also die haben ja dann, die haben ja dann oben eben die Verschlusszeit, hast ein eigenes Rätchen die Verschlusszeit und eine Belichtungskorrektur und so weiter, dann klassischerweise den Auslöseknopf noch mit einem, sogar mit einem Gewinde für einen Drahtauslöser und solche Sachen. Also das, da wird schon auch der Klassik, die klassische Bedienung wird da auch sehr gefördert natürlich und insofern kann das schon verstehen, aber dass dann gleich irgendwie vier Leute sagen, ja nö, hab schon bestellt und das ging schnell und zwar auf Basis von zwei, drei Tests, die halt gerade irgendwie groß laufen. Also ich, wie gesagt, ich denke, die knappe Verfügbarkeit der fünf gibt da auch ein bisschen einen Ausschlag, weil da haben sich jetzt wahrscheinlich viele gesagt, wenn ich jetzt nicht sofort gleich mit am Anfang bestelle, dann kriege ich die wieder zwei Jahre. Das ist so ein FOMO-Ding. Wahrscheinlich, ja, das ist genau. Ihr Fujifomo, das wäre, das wäre ein Titel für die Sendung. aber lass uns, ein Fujifomo, lass sie uns mal anschauen, denn so richtig uninteressant ist sie eigentlich auch nicht. Also ist schon, glaube ich, ein schickes Teil. Ich glaube, dass die, dass die schon ganz cool ist, also gerade wegen Sensor und Also wer jetzt die Fujifilm X105, also mit dem V hinten, wer die schon kennt, ganz kurz, was neu ist, jetzt bei der 6, der Sensor ist jetzt in Body stabilisiert, also der Sensor bewegt sich in fünf Achsen, beziehungsweise er bewegt sich halt rauf, runter, hin und her, aber er stabilisiert fünf Achsen, also der Gyroskop sorgt dafür, dass fünf Achsen stabilisiert werden. Angegeben ist er mit bis zu sechs Stufen, ist jetzt also nicht unbedingt auf dem Niveau von großen Kameras, aber der Platz ist ja auch ein bisschen beengt da drinne und es ist ein neuer Sensor drinne, der X-Trans CMOS 5HR in BSI-Technik, also rückseitig illuminiert. Der Sensor ist bekannt aus der X-T5 und der X-H2, hat 40 Megapixel plus ein paar und mehr Autofokus-Tracking-Funktion, weil auch der sonstige Prozessor noch ein neuerer und schnellerer ist. Also im Grunde genommen mehr Auflösung und in Body stabilisiert und das sind schon zwei Argumente, die wahrscheinlich viele überzeugen könnte. Was ist ansonsten so alles an dieser Kamera anders oder was hat sie denn? Sie ist zwei Millimeter dicker als ihre Vorgängerin, wahrscheinlich wegen des IBIS, braucht ja alles irgendwo ein bisschen Platz, muss alles irgendwo hin. Sie ist auch 43 Gramm schwerer. Das sind schon 43 Gramm unter Freunden. Ja, sie knackt jetzt die 500 Gramm Marke, sie ist jetzt bei 521 Gramm. Der Vorgänger war halt noch bei knapp 480. Da ist ja eine bessere Verteidigungswaffe, falls man mal im Park irgendwie eingegriffen wird oder so. mehr Wupptizität quasi. Der ISO ist von 125 bis 12K erweiterbar bis 64 nach unten und 51K nach oben und ist eine APS-C Kamera mit 40 Megapixel. Das ist auch neu, ne? Das sind mehr als vorher. Deutlich mehr als vorher. Vorher waren es um die 20, 23, irgendwas in dieser Größenordnung. Wie gesagt, jetzt wie bei der X-T5 und X-T5 40 Megapixel. Das ist schon ganz ordentlich. Ein fixes Objektiv wie gehabt ist glaube ich das altbekannte Objektiv mit 23 Millimetern. Entspricht dann auf kleinen Bilden 35 Millimeter äquivalent. Klassische Brennweite. Das ist eine schöne Brennweite, finde ich. Kann man was mit anfangen. Universell. Und die hohe Auflösung hat jetzt natürlich den Vorteil, wenn du auf 50 Millimeter cropst, hast du noch 20 Millimeter mit dem klassischen 50 Millimeter Bildwinkel und wenn du auf 70 Millimeter cropst, so für Portrait Geschichten hast, auch immer noch 10 Megapixel, was für die meisten Ausbelichtungen auch vollkommen ausreichend ist. Also man kann damit schon flexibel arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Kamera diese genannten Crop-Größen direkt vorwählbar sind. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe das Menü noch nicht sehen können. Das Display lässt sich wie gehabt rauf und runter klappen, aber nicht nach vorne schwenken. rauf und runter jetzt aber weiter. Also keine Vlogging-Kamera? Keine Vlogging-Kamera, aber dafür bleibt das Display in der optischen Mitte. Das ist halt auch sehr angenehm. Ich mag das eigentlich auch ganz gern. Und es kann jetzt 45 Grad rauf runter geklappt werden, statt vorher 30. Ist also etwas flexibler geworden, größerer Einstellbereich. Der Hybrid-Sucher ist geblieben, wie bei der Vorgängerin, optisch elektronisch umschaltbar oder gemischt. Also du kannst sie quasi als Messesucher fahren. Elektronische Messsucherkamera nennen sie das auch, wenn du den Mischbetrieb benutzt. Sie hat einen SD-Karten-Slot, der aber aus Platzgründen nur UHS-1-Speed hat. Das würde mich an... Also sorry, aber das ist... Was? Wie bitte? Das ist tatsächlich ein bisschen... Ja, vor allem, weil sie jetzt auch einen großen Sensor hat und damit natürlich auch entsprechend mehr Daten durchpumpen muss und trotzdem nur eine langsame Karte. Ja. Das wird man merken. Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Kamera, die für Action oder so gemacht ist. Aber ganz ehrlich, das ist sie halt auch nicht. Was haben denn die UHS-1 für einen Durchsatz? Warte mal. Ganz mal nachgucken, ja. Ich kann dir sagen, dass man den Unterschied merkt, wenn man sich mal eine UHS-2-Karte kauft und ich möchte nicht mehr zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe vorher viele Jahre mit UHS-1 auch an einer schnelleren Kamera gearbeitet. Naja, die Puffer natürlich zwischen. Insofern ist das schon okay. SD-4.0... dass du gar keine Serie fotografieren könntest. Natürlich nicht. Der Puffer, der fängt ja einiges ab. High-Speed-Mode, da, 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 da. Ganz einmal nachgucken. Das wird sicher gerade für uns ergoogelt. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Der X-Prozessor ist jetzt Version 5, ist damit schneller und stromsparender. Er ist nach ZIPA-Test mit 20 Aufnahmen mehr angegeben. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man bedenkt, dass deutlich mehr Megapixel da sind und ein IBIS drin ist, das ist schon interessant, dass mit demselben Akku dann mehr Bilder möglich sind. Und es ist besserer Autofokus drin, eben weil er mehr Rechenleistung hat. Sie schreiben eben KI, Objekterkennung. Ich weiß immer nicht, ob das KI ist. Es ist wahrscheinlich Machine Learning zur Objekterkennung, wird dahinter stecken. Das heißt, jetzt ist nicht nur Gesichter- und Augen-Autofokus mit dabei, sondern Tiere, speziell auch Vögel, also ein eigener Modus für Vögel, Modus für Auto, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und für Drohnen ist drin. Interessant. Also ich finde, ich finde das interessant, weil das ist ja so über die letzten Jahre quasi von Hersteller zu Hersteller kamen die, erst mal die Gesichter, die Augen, dann die Tiere und die Tieraugen dazu und eben auch mehrere Objekte, die die Dinge erkennen. Und ich frage mich gerade, ob die da alle ihre eigenen Modelle trainieren oder ob es da einen Anbieter gibt, der jetzt da quasi überall angeklopft hat und gesagt hat, wir können euch das fertig liefern. Das ist eine gute Frage. Man müsste das mal vergleichen miteinander, ob sie dieselben Macken haben. Würde mich interessieren. Das ist ein Zeichen. Also Drohnen habe ich nicht so ganz verstanden, aber ein Autofokus Modus für Drohnen. Du willst deine Drohne da, die gerade vor der Wolke vorbeifliegt? Mit 35 mm. Also wenn ich die damit tracke, dann hätte ich schon Angst, dass sie mich trifft. Aber gut, kann man machen, wird irgendwelche Gründe geben. Es gibt ja auch einen Tele-Adapter, wer weiß. Dann sind 20 Filmsimulationen an Bord. Das ist halt klassisch Fuji-Film. Es ist auch eine neue Simulation dazu gekommen, die sich Realer Ace oder Realer Ace nennt, was auch immer sie tut. Das dürfte ein Film sein. Warte mal, jetzt mal schauen. Realer Ace. Also Fuji Realer ist meines Wissens eine Filmreihe von denen. Ich kenne den Look jetzt aber nicht. So ist der Look. Oh ja. Ein sehr entsättigter Look. Also zumindest wird das hier als das reale Ace-Rezept irgendwie verkauft. Ich weiß gar nicht, ob das ein Filmstock ist von denen. Schön. Video macht sie auch. 6,5K mit 30 Bildern die Sekunde, 4K mit 60 Bildern die Sekunde. Das F-Log 2 Profil ist auch dabei. Du kannst ein externes Mikrofon anschließen, allerdings mit einer 2,5mm Klinke. Ich denke, das ist auch wieder einfach dem Platz geschuldet. Und Kopfhörer kannst du auch anschließen mit einem USB-Adapter. Also auch das wird dem Platz geschuldet sein. Das geht über den USB-C-Anschluss, den das Ding hat. Ja, genau. Dann kannst du die Buchse halt auch noch für den Kopfhörer dann verwenden. Gibt es einen Adapter dafür. Es ist ein integrierter ND-Filter mit vier Stufen eingebaut. Das war bei der 5. meine ich auch schon so. Und soweit ich gelesen habe, sollen das echte Filter sein, die in den Strahlengang geschwenkt werden. Auch ganz spannend. Danke, Rolf. Hat uns gleich ein Screenshot vom Reala Ace geschickt. Fujikolor Film. Ja, sehr schön. IBIS hatten wir schon. Sechs Stufen Serienbilder. Ist sie langsamer geworden als ihre Vorgängerin? Elektronischer Verschluss macht sie jetzt 13 statt 20 Bilder die Sekunde. Das wird der höheren Auflösung geschuldet sein. Mit mechanischen Verschluss bleiben es 11 Bilder die Sekunde und das Zubehör von der 5 bleibt kompatibel, also Weitwinkel, Telekonverter und anderes Zubehör ist kompatibel. Batterien auch nämlich an. Das Spannende an der X100 ist halt, dass sie einen Zentralverschluss hat und damit hat sie eben nicht nur eine Viertausendstel Sekunde Verschlusszeit, sondern ist das auch die Blitzsynchronzeit. Das heißt, man kann eben auch sehr kurze Zeiten damit blitzen, wenn man das möchte, wenn der Blitz es hergibt. Und elektronischer Verschluss, da habe ich dann noch zwei Blocks bemüht, um zu gucken, ob die Zahlen identisch sind. Die kürzeste elektronische Verschlusszeit ist eine einhundertachtzigtausendstel WTF. Ist doch cool. Also, ich erinnere mich dran, dass bis vor kurzem, dass du bis vor kurzem, wenn du sowas wirklich kurz einfrieren wolltest, dass du dann halt im Dunkeln arbeiten musstest mit einem kurzen Blitz. und wenn du das jetzt mit einer, wobei ist ja natürlich die Frage, gibt es da Rolling Shutter, wie sieht der aus? Kriegst du da eine fliegende, einen fliegenden Pfeil, der gerade einen Apfel durchschießt oder sowas, so eingefroren, dass er dann nicht irgendwie diagonal verzerrt ist oder so? Es werden bestimmt bald Leute ausprobieren. Mit Sicherheit, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Fünf das auch schon konnte, habe ich nicht nachgeguckt, aber eine hundertachtzig tausendstel Ist schon, ist schon eine Ansage, ja. Ende Februar 2024 soll sie dann geliefert werden, man kann sie jetzt vorbestellen für 1800 Euro, knapp drunter. Es gibt sie in schwarz und es gibt sie in silber. Bist du noch da? Oh. Der Herr Nienke ist gerade einfach verschwunden. Hm. Tada, wir sind wieder da, nach im Schnitt, Boris, sein Ausfall ist rum. Du hattest gesagt, dass sie Ende Februar 2024 kommen soll. Ah, Ende Februar 2024 für 1800 Euro, in schwarz und in silber. Die silberne gefällt mir natürlich besonders gut, also obendrauf silbrig, das Objektiv eben silbrig und außenrum, also die Grifffläche halt wie so schwarzes Leder. Und es gibt eine 90 Jahre Fujifilm-Edition, denn Fujifilm feiert 90-jähriges Bestehen und deswegen gibt es eine Edition, die auf 1934 Stück, also 1934, limitiert ist, in einer speziellen Box, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, mit einem Soft-Release-Button, wo ich mir jetzt nichts darunter vorstellen kann, also wahrscheinlich einfach anders beschichtet, mit Historienkarten, also wahrscheinlich altes Material dazu, und mit dem Markenlogo aus dem Jahr 1934 eingraviert, zusammen mit der Seriennummer. Was die allerdings kosten wird, weiß ich nicht. Gut. Sonderedition. Also, neue Fuji X100 Römisch 6. So schaut's aus. Ist jetzt angekündigt und alle wollen sie haben. Na, ist doch cool. Ist doch okay. Gut. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, du hast ja, so wie die ganze Welt es mitbekommen hat, hast du das sicher auch mitbekommen, dass OpenAI Sora angekündigt hat. Sora, sag dir was? Ja. Ja, ja. Video-Geschichte. Genau, also diese Text-to-Video-Geschichte, die relativ viel Furore gemacht hat, also da du kannst quasi einen Text reinschreiben und dann macht es dir ein bis zu einer Minute Videoclip und das erstaunlich gut. Wir haben es auf The Future of Photography besprochen und da ist ja der Jeremiah Cechik mit dabei, der ist Hollywood-Regisseur und der sagt, ja, wird also von der Qualität her, zumindest so für aktuell für Background-Plates oder solche Geschichten, würde er das ohne mit der Wimperzucken zu verwenden, wenn es die Story unterstützt. Und also qualitativ kannst du da Zeug rausmachen, was man durchaus schon verwenden kann. Und das konntest du bisher nicht sagen. Also der Vergleich, der da so immer wieder kam, jetzt war dieses eine Video, was Text-to-Video, was vor einem Jahr mal gemacht wurde mit Will Smith, wie er Spaghetti isst, was ja unzähligen Menschen ganz schlimme Albträume beschert hat. Wer das nicht kennt, schaut euch mal zu Sora, das MKBHD-Video an, da wird das auch noch mal zitiert. Also in einem Jahr hat sich unglaublich viel getan, in einem weiteren Jahr wird das wahrscheinlich, äh, nun ja. Aber die Frage ist natürlich, und darum geht es eigentlich, die Frage ist natürlich, wenn man, sollen wir es machen, nur weil wir es können? Den Artikel hier auf Petapixel hat Jaron Schneider geschrieben und der geht erst mal zurück und zwar ins Jahr 2016, weil da hat Adobe vorgeführt in einem dieser Sneak Peaks auf ihrer jährlichen Max-Konferenz ein Produkt, ein, oder ein, ein, ja, ein Sneak Peek eines Features, eines Produktes, ähm, was damals VOKO hieß, V-O-C-O und das Project VOKO hat es dir erlaubt, ähm, dass du quasi, also, dass da Text ist und dieser Text, der, der, der wird quasi erst mal erkannt und dann steht da die Texterkennung drunter, also, dann, dann steht quasi unter der Wellenform der eigentliche Text, der da gesprochen wurde und dann kannst du da hergehen und kannst Sachen korrigieren, kannst Wörter verändern und die werden dann mit dieser Stimme da quasi in das Audio wieder reingeschnitten, und kannst dann schneiden und umstellen und solche Geschichten und das, und das hat, also 2016, das ist also jetzt acht Jahre her, sieben bis acht Jahre her. Wir hatten, glaube ich, auch darüber gesprochen, was das wohl für Podcasting und das Editieren bedeuten könnte. Richtig Richtig und das hat damals, ja, ein bisschen Furore gemacht und zwar so weit, dass dann Adobe das auch so als Produkt nie released hat. Ja. Also die haben, die haben ganz schön viel Gegenwind bekommen, weil natürlich, wenn, also wenn ich jetzt den Nienke Sachen sagen lassen kann, die er nie gesagt hat, und da reicht ja möglicherweise auch nur tatsächlich in einem Satz irgendwie ein Wort zu ändern und plötzlich, und plötzlich hast du hier gerade, was weiß ich, Böses gesagt und, wie gesagt, das war vor sieben, acht Jahren und das Voco wurde dann, naja, es wurde sicher nicht eingestampft, aber die Technologie ist dann halt irgendwie anders in Sachen eingeflossen. Mittlerweile haben wir KI im, also mittlerweile ist das, ist das ja fast goldig, die Reaktion, weil, darum geht es letztendlich auch in diesem Artikel, weil diese Diskussion natürlich sehr wichtige ethische Fragen berührt in dem, in der Softwareentwicklung und speziell auch in der kreativen Entwicklung. Also, letztendlich reden wir natürlich in aktuellen Zeiten ganz besonders von Desinformationen, von Fake News und so weiter, die dadurch natürlich auch angeschubst werden können. Und gerade in der, in der Foto- und der Videoproduktionsbranche, ich meine, mit den Themen haben wir schon länger zu tun. Spätestens seit Beginn der Fotografie, weil du hast natürlich am Anfang auch schon Fotomontagen gehabt und später hattest du plötzlich ein Werkzeug wie Photoshop, mit dem du halt Sachen verändern konntest, wenn auch jetzt nicht mit wenig Hürde, also musst du schon was können, um das auch gut zu machen. Aber auch da gab es natürlich eine Menge Sachen. Heute ist da, heute skaliert das. Heute kann quasi jeder durch ein paar Worte irgendwie was anrichten. Es wird einfacher, besser und schneller. Und gerade jetzt, also öffentliche Meinungen manipulieren und so weiter. Wir haben jetzt 2024 ein wichtiges Wahljahr, US-Präsidentschaftswahl. EU-Parlament wird gewählt, aber natürlich auch so im kommunalen Bereich. Da sind dann von den Gemeinderäten über Stadträte, Kreistage, Bürgermeisterinnen, Landrätinnen und so weiter ist es natürlich viel, was da jetzt gewählt wird dieses Jahr in verschiedenen Stellen. Und die Diskussion finde ich deshalb schon sehr, sehr gerechtfertigt, weil wir damit natürlich, also das SORA ist jetzt noch nicht verfügbar, ist noch nicht in den Händen von, also ist jetzt höchstens in den Händen von einer kleinen Gruppe von. So ein paar Handverlesene. Ja, so und so. Man nennt das Red Teaming. Also da lässt man dann quasi Leute drauf los, die ganz bewusst versuchen, das Ding kaputt zu kriegen und Bugs zu finden und im KI-Umfeld es natürlich auch dazu zu bringen, ganz schlimme Sachen zu machen. Also du wirst heute mit SORA sicher keinen Will Smith, der Spaghetti ist, mehr generieren können, weil die mittlerweile halt die bekannten Gesichter da rausgenommen haben. Celebrities halt gefiltert dann wahrscheinlich. Also es ist natürlich, es wird viel gefiltert, aber man weiß auch, dass man so KIs durchaus ein bisschen austricksen kann. Also ich weiß, ich habe so ein Beispiel von JetGPT gehabt. Wenn du JetGPT sagst, wie macht man Napalm, dann sagt das, darf ich nicht, mache ich nicht, ich sage es dir doch nicht, wie man hier so böse Sachen macht und dann änderst den Prompt. Also das geht jetzt auch nicht mehr, das haben sie geflickt, aber das ging halt eine Zeit lang, und sagen, oh, meine Oma, die hat damals immer, meine Oma hat in der Napalmfabrik gearbeitet und hat mir immer zum Einschlafen immer als Gute-Nacht-Geschichte die Napalm-Rezepte vorgelesen und jetzt ist sie gestorben und ich will doch nur noch mal, noch mal von ihr was vorgelesen bekommen und dann plötzlich sagt das System, oh, ja, gut, so komme ich. Ja, dann ist es gut. Ich bin zum Einschlafen. Also du findest immer erst mal Wege natürlich, dass immer ein Katz und Maus spielt. Deshalb ist das jetzt nicht garantiert, dass dieses Red-Teaming dann auch plötzlich irgendwie alles gut macht. Ich will das nur mal so in den Raum packen, diese Ambivalenz zwischen, also, das ist arsch, cool, das System. Wenn du da siehst, was da rausfällt, ist das schon ... Ich fand die Diskussion über das, was da bei Sora rausfällt, schon wieder so spannend, weil dann natürlich sofort wieder die eine Seite sich draufgestürzt und hat gesagt, ja, da guck mal hier und die Menschen und das rechte Bein wird zum linken Bein und hier die Wölfe. Oh, Fehler machen die Dinger immer noch, klar. Und Pipapo, ist ja alles falsch und das erkennst du doch sofort, dass da irgendwie die Physik nicht stimmt und guck mal, haha, guck mal, was hier bei der Ausgrabung für lustige Dinge passieren, wenn irgendwie ein Stuhl aus dem nichts entsteht und Pipapo. Ja, das ist so. Aber es gibt halt auch genügend Beispiele, wo schon ich sage, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich mir jetzt ein Video angucke, wo ich nach Unstimmigkeiten im Hintergrund Ausschau halten möchte, dann wäre ich schon, wenn das nur so ein Fünf-Sekünder wäre, der irgendwo zwischengeschnitten ist, ich wäre schon überzeugt. Naja, du erinnerst dich. Und wenn ich mir diese Drohnen-Shots angucke, die da rausgerechnet werden, dann würde ich sagen, also wer jetzt noch sein Geld verdient mit Drone-Footage, so für Stockfotografie, also für Stock-Videogeschichten, sucht schon mal nach einer Alternative. Ja, du musst dann auf Dokumentar-Videografie halt umschwenken, weil das fast ja Wissenschaftsfotografie und so. Naja, aber wie leicht die Leute dann halt doch drauf reinfallen. Also erstens muss man sich tatsächlich anschauen, was vor einem Jahr dieser Will Smith Eating Spaghetti, wie der ausgesehen hat und wie es nur ein Jahr später deutlich, deutlich, deutlich besser aussieht. Also du musst ja einfach nur mal diese Entwicklung antizipieren, wie das in einem Jahr sind. Und bei einem exponentiellen Anstieg geht das, wird das einfach noch viel besser. Nee, wie, wie, wie sehr die Leute dann doch so auf sowas anklicken. Du erinnerst dich, vor ein paar Monaten ist mal dieses eine Bild vom Papst in so einem weißen Balenciaga-Daunenanzug durch die, durch die Social Media getrieben worden. Und das war schon, das hat erst mal die Runde gemacht und zwar nicht in Form von Haha, guck mal, was die KI gemacht hat, sondern eher so, boah, so rennt der Papst rum, echt? Also, und das hat beim näheren Betrachten, hat dieses Bild durchaus einige Fehler gehabt an den Händen und so, wo man sehen hätte können. Wenn du weißt, wonach du suchst. Aber gut, und wenn man sich heute natürlich mit Journey anguckt, in der aktuellen Version, dann sind Hände nicht mehr das Problem. Überhaupt nicht. Alles besser geworden. Und das meine ich halt, ich interessiere mich zum Beispiel nicht sonderlich für den Papst. Ich habe keine Ahnung, was der sonst so trägt. Ich fände das schon komisch, wenn er mit einer Daunenjacke rumläuft, natürlich, aber wenn ich ein Foto sehen würde mit dem Papst in so einer Daunenjacke, während ich durch den Newsfeed durchscrolle, wo noch 50 andere News-Meldungen für den Tag sind, dann ist das nicht die für mich wichtigste Nachricht. Und wenn ich dieses Bild sehe, dann denke ich, ist doch schön, dann hat er mal was anderes als seine weiße Robe an. Ist doch ganz lustig. Bei mir, ich hätte es geglaubt, weil ich mache das dann nicht auf 100 Prozent und suche nach falschen Fingern oder so, weißt du? Das ist so. Es hat schon eine Qualität, dieses Zeug. Na gut. Lassen wir das mal so stehen. Ihr dürft euch alle mal selber ein bisschen. Irgendwann werden wir hoffentlich diesen Knopf kriegen, wo wir draufdrücken und dann steht da, wurde nicht mit einer Kamera aufgenommen. Ja, also ich meine, die Kamerahersteller, die mit CAI und so, sind ja da schon dabei, nur ich bin ja jetzt dann doch auch so ein bisschen in Nördhausen zu Hause und habe dann doch auch mit Leuten zu tun, die so dieses Software-Thema und Kryptografie-Thema und so weiter sehr intensiv und gut beherrschen und die, also ich sage mal, bisher sind noch alle Verschlüsselungsverfahren in irgendeiner Form mal geknackt worden. Tja, warten wir mal ab. Geh mal davon aus, wenn du es kaputt machen willst, dann kriegst du es auch kaputt. Das ist einfach so. Gut, schlimm mit diesen Menschen. Kommen wir mal zu was Schönem. Wir werden wieder unterstützt von halber Rahmen. Boris hat ein Paket bekommen mit Fort Knox-artiger Verpackung. Ist immer klasse, wie das verpackt kommt. Halber Rahmen sind die mit den Magnetrahmen, mit, die ohne Klammern und so und ihr bekommt auf eure Bestellung ab 50 Euro Bestellwert 10% Rabatt mit dem Code HAPPYHALBE. Wir haben ja jetzt schon die letzten Wochen so ein bisschen erzählt, dieses Magnetrahmenprinzip und mit unterschiedlichen Profilen, also Customized-Rahmen sind das im Prinzip, mit unterschiedlichen Materialien und Hölzern und Alu und verschiedenen Farben und das Zeug wird im Westerwald produziert, immer auf Maß, genau auf das, was ihr bestellt habt. Die haben kein Lager, sondern die bauen das tatsächlich für euch auf den Millimeter genau, machen Passepartouts nach Maß, auch mit mehreren Ausschnitten, haben unterschiedliche Rahmentiefen, haben wir letztes Mal drüber geredet, zum Beispiel für flache Bilder oder auch für Kunstwerke, die ein bisschen mehr Tiefe haben. Übrigens auch Trikotrahmen, das ist also so Fußballtrikots, so die Geschichten, das rahmt man sich ja manchmal vielleicht auch. Ja, aber ein Thema haben wir bisher noch nicht gehabt und das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Das ist bei der Kamera wichtig, das ist bei Filtern wichtig und das ist natürlich bei der Präsentation einer Wand auch wichtig und das sind die Gläser. Und bei Halberam habt ihr alle möglichen Glasoptionen. Das ist also nicht so, dass man das kauft und nimmt, was man kriegt, sondern nein, 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 nein. Und deshalb wollten wir mal ganz kurz über die verschiedenen Gläser gehen. Boris hat, genau, zeig doch mal. Also wir haben, wir fangen mal beim Normalglas an. Das ist quasi hier in der Auswahl glänzend oder matt. Das ist die günstigste Variante. Die Schnittkanten sind geschliffen, das heißt, man kann sich da nicht verletzen dran. Hat eher geringen UV-Schutz und hat typischerweise, genau, das ist die etwas mattere Version und das Normalglas ist dann auch das, was wenn man, das kennt ihr, wenn man so mehrere aufeinander tut, dann sieht man da so einen Grünstich drin. Also da ist die Farbwiedergabe schon okay, aber nicht ganz 100% richtig. Das liegt daran, dass das Normalglas halt ein bisschen Eisenoxid enthält. Ist aber für manche Sachen völlig in Ordnung. Also hier zum Beispiel meine, hier die Urkunde vom Buchpreis. Ist mir egal. Und ich, ehrlich gesagt, ich sehe da jetzt auch keinen Grünstich. Aber gut, Normalglas. Das etwas bessere Glas, wenn die Farbwiedergabe richtig gut sein soll, das ist das Weißglas. Das bringt dann die Kunstwerke richtig zur Geltung. Auch das gibt es in glänzend oder matt glänzend und das ist im Prinzip, ja, andere Herstellung. Das wird aus einem speziell vorbehandelten Quarzsand hergestellt und dem wird das Eisenoxid entzogen. Damit hat das keinen Grünstich. Auch das so eher so einen eher geringeren UV-Schutz. Also das ist vielleicht auch nicht so super, wenn man Sachen so in die pralle Sonne dauernd hängen möchte, aber fürs Wohnzimmer natürlich prächtig geeignet. Dann gibt es das Plexiglas oder Acrylglas. Das ist besonders leicht, ist bruchsicher, hat einen sehr guten UV-Schutz. Das ist, glaube ich, über 99 Prozent. Ist sehr farbtreu. Ist aber halt ein bisschen kratzempfindlicher als das Glas. Ist auch deutlich leichter. Ist auch, genau, deutlich leichter. Wird auch darauf hingewiesen, dass möglicherweise, also weil es einfach ein Kunststoff ist, Acrylglas, hat das auch eine höhere elektrostatische Aufladung. Wenn man also so Arbeiten mit losen Pigmenten drunter macht, zum Beispiel so Pastellkreide, Kohle oder so Zeug, dann kann das auch ein bisschen in die Scheibe kommen. Also da ist Glas dann besser geeignet. Das kommt in drei Ausführungen, glänzend einseitig mattiert oder mit einer kratzfesten Beschichtung auf einer Seite, damit das ein bisschen stabiler wird. Plexiglas gibt es auch entspiegelt, also als Museumsglas. Habe ich gerade gesagt. Mattiert. Museumsglas. Entspiegelt, nicht mattiert. Richtig entspiegelt, okay. Richtig entspiegelt. Oh, okay. Und dann gibt es noch, und das ist so das, ich sage mal so das Deluxe-Glas, das ist das Museumsglas. Das hat einen UV-Schutz, hat super Farbwiedergabe, sehr hohe Konturschärfe, Kontraste. Für die Nerds, das ist interferenzoptisch entspiegelt. Das heißt, da wird je nach Produkt eine vier- bis siebenlagige verschiedene Metalloxide werden aufgedampft. Und das ist bei indirekter Beleuchtung quasi fast nicht wahrnehmbar. Damit sieht man das Bild ganz besonders gut. Auch da gibt es zwei Variationen, das Artglas oder das Optimum Museum Equalique. Und ja, dann haben sie noch Sicherheitsglas, also hier bruchsicheres Glas und so weiter. Und so weiter. Gläser in viel Auswahl. Und ich finde es immer wieder abgefahren, was möglich ist und was die anbieten. Ich kann es nur wieder sagen, Leute, lasst euch mal Muster kommen, damit ihr einen Eindruck habt, was es so gibt und wie das wirkt. Weil zum Beispiel die Farbe der Reflexion bei den entspiegelten Gläsern, die unterscheidet sich abhängig davon, welchen UV-Schutz ihr nehmt. Da gibt es eben entspiegelte Gläser, die eher bläulich schimmern. Das ist so ein bisschen wie bei den Brillen. Die haben manchmal auch so ein Leichen. Und da gibt es halt verschiedene Farbstiche bei den Reflexionen. Wie gesagt, bläulich, grünlich. Wobei, das ist ja kein Farbstich im Glas. Das ist nur die Reflexionsfärbung. Ganz genau. Also die paar Prozent, die noch zurückgeworfen werden, sind halt verschoben, wenn du so willst. Und das ist, also erst mal finde ich die Produktion faszinierend, wie sowas hergestellt wird. Das macht Halbe nicht selbst. Also die Gläser werden ja eingekauft. Und früher war es tatsächlich so, den Glashersteller, den sie früher hatten, das war Schottglas, die haben das in Tauchbädern gemacht. Da sind also mehrere Schichten drauf. Da ist UV-Schutz drauf. in eine bestimmte Schicht und dann drei Schichten in Spiegelung. Ganz hauchdünn über Tauchbäder aufgetragen. Und der neue Anbieter, den sie jetzt benutzen, Grohglas, glaube ich, der macht das über eine Bedampfung. Also das wird halt sehr, sehr fein vernebelt und dann eben aufgedampft. Das war früher wohl durchaus ein Problem. Da waren die Tauchbäder besser. Inzwischen hat aber dieser neue Hersteller eben eine Produktion, die sehr, sehr präzise und sehr robust ist. Auch bei der Reinigung besser ist als früher das Glas. Also du kannst weniger kaputt machen, kaputt reiben dabei. Hat einen besseren UV-Schutz und gibt es eben auch für größere Formate als früher. Also das ist sehr, sehr faszinierend. Und bei diesen Farben hatte ich mal nachgefragt, was hat das mit diesen Farben auf sich? Und es ist halt so, je höher der Eisenanteil im Glas ist, desto besser... Jetzt ist grün und weiß Glas, worüber du redest, nicht über die Anti-Reflex-Beschichtung. Ja, damit hat es angefangen, mit den Gläsern. Wir müssen nur vorsichtig sein, dass wir da nichts verwechseln. Genau, also bei normalen Glas, je höher, also generell, nicht nur hier bei halber Rahmen, sondern generell bei Glas, wenn man sich Glasscheiben anschaut, auch Fensterglas, je höher der Eisenanteil im Glas ist, desto grünlicher schimmert es, aber desto besser ist auch der UV-Schutz. So, da muss man eben gucken, wo man bleibt. Und jetzt gab es früher mal Glas von dem ehemaligen Hersteller und der hatte schon, bevor er überhaupt einen UV-Schutz hatte, eine grünliche Reflexion. Also schon ohne speziellen UV-Schutz. Also er hatte natürlich schon einen UV-Schutz, aber der lag irgendwie bei 60 Prozent oder so was. Das war jetzt nicht wirklich ausschlaggebend. Aber er hatte grünliche Reflexionen. Und als sie dann den UV-Schutz gebracht haben, als extra Produkt, wenn du so willst, da haben sie bewusst eine bläuliche Reflexion gewählt. Du kannst halt durch deine Schichten, die du da aufbringst, kannst du diese Reflexion beeinflussen. Und da haben sie bewusst eine bläuliche Reflexion genommen, damit sie sich vom Produkt unterscheiden, von dem Glas ohne UV-Schutz. Das fand ich ganz interessant. Und der neue Glashersteller hat sich halt an diese Farben angeglichen. Weil jetzt hast du natürlich das Ding, wenn du jetzt ein Museum hast oder du hast eine Ausstellung bei dir zu Hause oder mehrere Rahmen und du kaufst jetzt nach Jahren mal wieder einen neuen Rahmen mit einem neuen Glas von einem anderen Hersteller, dann wäre es ja blöd, wenn die Reflexionen anders aussehen, weil das dann vielleicht ein bisschen anders wirkt. Naja, Schlüssel hier ist natürlich bei der ordentlich entspiegelten Museumsglasfront, dass du eine Lichtquelle an der Decke hast. Dann siehst du es gar nicht. Du siehst das nicht. Das ist das Ding. Bitte denkt jetzt nicht, dass da irgendwie die Gläser, dass ihr da plötzlich einen blauen Reflex habt. Das ist nur dann, wenn tatsächlich die Lichtquelle sich auch reflektiert, also wenn die von der Geometrie so sitzt. Das ist, deswegen heißt es ja auch Museumsglas. Also wenn du die Beleuchtung unter Kontrolle hast und das sauber im guten Winkel beleuchtest, dann siehst du das Glas überhaupt nicht. Das ist so. Aber für uns privat zu Hause, wo du dann eben doch mal hinter dir das Fenster hast vom Balkon oder so etwas, da wirst du, wenn die Sonne scheint, schon das Fenster da drin sehen. Nicht so stark wie bei einem Weißglas, wo du das Bild nicht mehr siehst, sondern nur noch den Balkon. Aber du siehst schon, dass da ein Balkonfenster ist und in welcher Farbe, das entscheidest du dann eben hier. Und der neue Hersteller hat sich da eben bewusst dran gehalten, wie es der vorherige Hersteller eben auch hatte. Also von daher, wenn ihr schon alte Gläser habt von halber Rahmen und kauft neue, braucht ihr da keine Angst zu haben. Der andere ist da derselbe. Übrigens noch am Rande, ihr könnt natürlich die Gläser später auch tauschen. Also das ist, das gibt es auch nirgendwo anders. Ihr könnt sagen, ich habe einen Rahmen mit den Maßen und ich brauche dafür jetzt bitte schön Museumsglas. Und dann könnt ihr die alten Rahmen, die eh nie kaputt gehen, behalten und könnt da zum Beispiel das Glas upgraden. Upgradbare Rahmen. Ich meine, gib dir das mal. Und übrigens, wenn du diese Plexiglas-Geschichte haben willst, die es wie gesagt auch als Museumsglas gibt, also sehr stark entspiegelt, die findest du unter Umständen bei den kleineren Rahmen nicht im Konfigurator, weil die natürlich erst Sinn machen durch Gewichtsersparnis im größeren Rahmen. Dann rufst du da mal an, ne? Ja, du kannst auch auf die Webseite gehen und kannst Glasscheiben einzeln bestellen. Und da kannst du dann eben auch die Acrylglas-Scheibe bestellen, wie du sagst, im richtigen Maß und dann passt die da exakt rein. Also das geht alles. Gut. Das sind die halbe Rahmen. Und das war nur ein Muster. Ich habe noch einen Karton. Das ist okay. Das ist okay. Die Rahmen werden individuell millimetergenau im Westerwald hergestellt in höchster Präzision und Qualität. Magnetrahmentechnologie, schnelles und staubdichtes Bilderwechseln. Und ihr bekommt 10% Rabatt mit dem Code HAPPYHALBE ab 50 Euro Bestellwert. Geht mal einfach mal auf HAPPYHALBE, nee, auf HALBE-Rahmen.de slash HAPPYSCHOOTING. So rum. HALBE-Rahmen.de slash HAPPYSCHOOTING. Und wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung. Sehr, sehr toll, ja. Ach ja. Herr Nienke. Ich hätte da was zu... Ich hätte da mal eine Frage an Sie. Wie war das noch mal mit diesem Thema Leitung? Du wolltest doch einen Druck acht Teiler machen? Zehn? Ein Mehrteiler. Über die Anzahl habe ich mich nicht ausgelassen. So weit habe ich das noch nicht vorausgeplant. Na, dann mach mal. Erzähl mal was. Ich hätte heute den zweiten Teil anzubieten. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie wir ein Foto auf ein Blatt drucken, ein Bild auf eine Seite und welche Möglichkeiten wir da so haben. Da habe ich übrigens schon das erste Feedback bekommen eines Hörers, der sich schon darüber gefreut hat, weil er sagt, jetzt hat er das verstanden mit den Templates vorne, weil er hat immer wieder von vorne angefangen bei Null und dann ist das natürlich sehr aufwendig, weil man ziemlich viel rumklicken muss. Aber dass man sich eben auch die Druckereinstellungen, die Papiereinstellungen eben speichern kann, das hat schon was gebracht. Heute machen wir weiter. Wir drucken nämlich jetzt mehrere Bilder auf eine Seite. Und dazu schalte ich hier noch mal um. Wie gesagt, im Video werdet ihr jetzt mein Lightroom Classic sehen und ich versuche für den Audio wieder zu beschreiben, was ich hier tue. Und schauen wir hier auf mein kleines Skript. Es geht immer noch um das Lightroom Classic Druckmodul. Wir haben links an der Seite wieder unsere Templates und es geht auch immer noch um den ersten Layout-Style, nämlich Single Image Schrägstrich Contact Sheets. Entschuldigung, nochmal an dieser Stelle, wie gesagt, mein Lightroom läuft auf Englisch. Ich kenne jetzt nicht zu allen die deutschen Übersetzungen, wie es im deutschen Lightroom aussieht. Ich hoffe, ihr findet euch da trotzdem zurecht. Wir fangen wieder an, indem wir im Template Browser, also links über das Plus, eine neue Seite, ein neues Template anlegen. Das nenne ich in diesem Fall HS Drucken 2, ganz kreativ. Und ich habe ja letztes Mal schon einen Ordner angelegt, HS Drucken. Da lege ich jetzt auch dieses wieder hinein. Und da ich vorher unsere Vorlage ausgewählt hatte, die wir letzte Woche gemacht haben, sieht jetzt erstmal alles genauso aus, wie letzte Woche auch. Er hat also quasi die Einstellung übernommen von dem Template, was ich ausgewählt hatte. Auch das ist praktisch, wenn ihr mehrere Templates habt und ihr wollt ein Template ein bisschen variieren, dann stellt ihr euch auf das Template, was ihr haben wollt und dann könnt ihr das duplizieren. Oder wenn ihr dann auf Neuanlegen geht, dann sind diese Einstellungen erstmal übernommen. sehr praktisch. Ich lasse auch die ganzen Page Settings und Print Settings alles wie beim letzten Mal eingestellt. Da könnt ihr ja letzte Woche nachhören und nachschauen. Wie gesagt, Layout Style, ich bin jetzt auf der rechten Seite ganz oben, lassen wir auf Single Image Schrägstrich Contact Sheets, weil darum soll es auch gehen. Wir haben Zoom to Fill und Rotate to Fit immer noch aktiviert, wie vom letzten Mal auch. Aber, wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gucken in den Layout Block, dann haben wir die Möglichkeit, ein Page Grid, also ein Raster aufzubauen, mit Zeilen und mit Spalten, mit Rows und Columns. Und wenn ich an diesen Schiebereglern drehe oder eben, wie ihr es von Lightroom kennt, wenn ihr über die Zahl fahrt, dann könnt ihr da mit Klick und Maus bewegen, die Zahl ändern oder reinklicken und mit der Tastatur etwas hineinschreiben. Ich mache jetzt einfach mal zwei Zeilen und drei Spalten. Und jetzt habe ich eine A4-Seite, also die Vorschau einer A4-Seite vor mir mit einem Zentimeter Rand ringsherum und da drinnen eingepasst sechs Fotos. Ich habe auch mehrere Bilder hier in meinem Fotostream markiert. und jetzt habe ich alle sechs markierten Bilder bzw. ich habe sogar noch mehr markiert. Da sieht man hier unten, dass es noch eine weitere Seite gibt. Ich habe nämlich sieben Bilder markiert. Da werden also alle markierten Bilder auf diese einzelnen Zellen verteilt auf dieser Seite und was wir jetzt auch sehen ist, dass das Rotate to Fit nicht unbedingt das sein muss, was wir wollen, weil jetzt sind nämlich manche Bilder 90 Grad gedreht und andere vielleicht nicht. Deswegen nehme ich das Rotate to Fit mal raus und dann sind sie alle gleich ausgerichtet. Ob das für euch sinnvoll ist oder nicht, das hängt natürlich sehr davon ab, warum ihr diese mehreren Bilder in dieser Form auf eine Seite drucken möchtet. Wenn es halt Kontaktabzüge tatsächlich sein sollen, weil ihr das in einem Ordner archiviert, zum Beispiel irgendwelche Scans von euren Analogbildern oder so etwas und ihr wollt die dann mit in das Album hinein drucken, damit ihr dann schneller wiederfindet, auf welchem Film war denn das Bild oder ähnliches, dann wollt ihr die vielleicht nicht immer um 90 Grad hin und her haben, je nachdem, ob es ein Hoch- oder Querformatbild war. Wenn ihr das aber benutzt, um kleinformatig das hinterher zuzuschneiden und dann in ausgeschnittener Form zu verwenden, in Form von Visitenkarten oder ähnlichen, dann kann das natürlich wieder Sinn machen, dass man mit Rotate to Fit die Bilder dann rotieren lässt. Aber sei mal erwähnt, dass das hier eben eine große Auswirkung hat. Genau, wie viele Seiten es gibt, das hängt davon ab, wie viele Bilder ihr markiert habt, das haben wir gerade schon gesehen und wenn ihr jetzt nicht wollt, dass diese Zellen so dicht aneinander klatschen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Cell Spacing, also die Abstände zwischen den Zellen noch zu beeinflussen, auch da gibt es Horizontal- und Vertikal-Schieberegler, die man einstellen kann oder wie ich es jetzt mache, ich tippe einfach mal hinten rechts in das Eingabefeld und schreibe bei beiden 0,5. 0,5, so viel Zeit muss sein und dann haben wir ein bisschen Abstände zwischen den einzelnen Bildern. Wie viel, das könnt ihr dann selber einstellen. Eine besondere An dieser Stelle der Hinweis, der Link zum Video ist immer oben in den Shownotes, das heißt, wer das jetzt nur hört, das ist wahrscheinlich zum Gucken besser. Wahrscheinlich, genau. Aber ich gebe mir Mühe, das zu erklären, was ich hier mache. Dann gibt es eine Besonderheit im Layout-Bereich, in diesem Layout-Block auf der rechten Seite von diesem Druckmodul, nämlich am ganz unteren Rand von diesem Layout-Block gibt es ein Keep Square, also quadratisch bleiben. Wenn man da drauf drückt, dann werden alle Zellen quadratisch sein. So, und jetzt ist es plötzlich egal, wie viel Abstand ich zwischen den Zellen einstelle, wie viele Zellen ich einstelle, wie viele Reihen, wie viele Zeilen ich mache. Es werden immer quadratische Zellen bleiben und jetzt hängen eben auch die Ränder, die Abstände und die Größe der Zelle, also die Cell Size, die hängen jetzt alle miteinander zusammen, weil er natürlich immer versucht, alles quadratisch zu halten. Das mache ich aber mal wieder aus, das möchte ich nicht. Ich mache es wieder so groß, wie es geht. Also, wenn ihr an der Zellgröße zieht, an der Höhe und der Breite, dann werden natürlich die Abstände dazwischen kleiner und wenn ihr die Abstände wieder manipuliert, dann wird natürlich die Zellgröße wieder kleiner. Also, die Regler haben immer eine gewisse logische Abhängigkeit zueinander. So, jetzt haben wir sechs Zellen mit ein bisschen Abstand, also sechs Bilder, die wir hier drucken können. Da geht schon was. Jetzt lass mich kurz in mein Skript gucken. Ah ja, genau. Es gibt noch eine Besonderheit und zwar gibt es etwas weiter oben in dem Blog Image Settings eine Option Repeat One Photo Per Page. Wenn ich die anklicke, dann habe ich jetzt das erste Foto aus meiner Selektion sechsmal auf einer Seite und auf der nächsten Seite habe ich das zweite Foto sechsmal auf der Seite und auf der dritten Seite habe ich dann das dritte Foto sechsmal auf einer Seite. Das heißt, auf jeder Seite immer nur ein Bild und das eben so oft, wie ihr Zellen hier auf die Seite gebracht habt. Das kann man dann beliebig weit treiben. Wofür ist das jetzt praktisch? Ich habe es noch nicht tatsächlich in Lightroom benutzt, aber ich hätte es benutzen können, als ich zum Beispiel mal für eine Auftraggeberin Eintrittskarten gedruckt habe. Da habe ich so Sammelkarten gedruckt. Da gab es vier Motive, ne acht glaube ich sogar, genau, zweimal vier Motive so zum Bingo spielen mit, sag ich schon, mit Getränkgutschein da drauf. Und da hätte ich dann eben diese Motive wählen können und hätte sagen können, okay, druck sie mir so oft, so groß auf eine Seite. Dann hätte ich die gleich mit Lightroom hier gedruckt und dann ausschneiden können. Ich habe das dann in einer anderen Software gemacht, wäre aber hiermit auch machbar gewesen. Oder wenn ihr halt Visitenkarten selber drucken wollt oder ähnliches, dann könnte das eine Möglichkeit sein, die man dafür verwenden kann. Etwas gibt es zu beachten. Man kann nämlich, dazu schalte ich das Repeat One Photo Per Page nochmal aus, man kann jetzt die Fotos in den einzelnen Zellen verschieben, so wie wir das letzte Woche auch in der einen Zelle auf der einen Seite gemacht haben, wenn das Seitenverhältnis nicht exakt passt. Und jetzt kann ich in sechs Zellen sechs Fotos individuell so hinschieben, wie ich sie haben möchte, wie sie gedruckt werden sollen. Rauf, runter, links, rechts, je nachdem, ob es ein Hochformat oder ein Querbild ist. Hier habe ich mal eine Seite mit einem Hochformat-Bild, das kann ich dann rauf und runter in der Zelle verschieben, um den Ausschnitt zu bestimmen, den ich dann hinterher drucken möchte. Und das merkt sich Lightroom dann auch. Wenn ich jetzt aber sage, Repeat One Photo Per Page und ich verschiebe den Ausschnitt, dann verschiebe ich alle sechs Bilder in allen sechs Ausschnitten gleich. Das heißt, es ist wirklich ein Repeat. Dasselbe Foto wird im selben Ausschnitt so oft auf diese Seite gedruckt, wie ihr eben Zellen habt. Wollt ihr jetzt dasselbe Foto mehrfach auf eine Seite in verschiedenen Zellen drucken, aber verschiedene Ausschnitte davon, zum Beispiel um ein Diptychern oder Triptychern aus einem Panorama oder ähnliches zu machen, dann geht das mit dieser Methode nicht. Dann müsstet ihr euch entsprechend virtuelle Kopien anlegen und dann eben das Repeat One Photo ausschalten und dann einfach die virtuellen Kopien wählen, sodass ihr eben nur scheinbar das gleiche Foto gewählt habt, aber tatsächlich eine andere Instanz des Bildes. Das wäre ein Weg. Es gibt noch andere Wege, da kommen wir dann aber in späteren Teilen dazu. Das sei dazu noch mal gesagt. Dann kann man jetzt noch jede Zelle auch noch umranden. Also man kann noch einen Rand drumrum malen, der ist per Default schwarz, man kann aber auch einen Grauton wählen oder einen beliebigen Farbton wählen, den man da haben möchte, zum Beispiel einen grünen Rand, ganz wie ihr wollt. Vorausgewählt sind halt so Graustufen, die man aus so einem Ausklappmenü wählen kann. Das seht ihr dann, wenn ihr da unter Image Settings auf Stroke Border klickt und dann auf diese kleine Farbzelle drückt, die da rechts ist, die ist halt per Default schwarz. Da könnt ihr dann eben um jede einzelne Zelle einen Rand machen und wie dick dieser Rand sein soll, das könnt ihr auch nochmal mit einem Schieberegler oder einem Eingabefeld wählen. Und wichtig hierbei ist, dass dieser Rahmen immer nach innen geht. Das heißt, die Größe der Zelle habt ihr mit dem Layout eingestellt, wie groß die Zelle ist, welche Abstände sie zueinander haben und der Rahmen ist in jeder Zelle und in dem Rahmen ist dann das Bild. Also je breiter ihr den Rahmen macht, desto kleiner wird das Bild. Der Rahmen wird also nicht über das Bild gelegt, sondern das Bild wird dann kleiner skaliert. Muss man mal gemacht haben, dann wird das sofort klar, was ich gerade meine. Und wenn man sich jetzt sagt, okay, das ist ja schon ganz schön, dann schaut auch mal etwas tiefer. Da gibt es nämlich einen Abschnitt, der heißt Guides, also die Hilfslinien. Und da kann man einzelne Hilfslinien an- und ausschalten oder eben Show Guides auf einmal ausschalten und dann sind mit einem Schlag alle Hilfslinien weg in der Vorschau. Es ist das Zentimetermaß außenrum weg, das heißt die Vorschau wird auch ein bisschen größer und man hat jetzt einen klareren Blick auf das Bild, was man sich da gerade zusammengeklickt hat. Das sieht ein bisschen übersichtlicher aus, weil dann der nicht bedruckbare Rand nicht mehr zu sehen ist und der Rand außenrum mit den Hilfslinien nicht mehr zu sehen ist. Was hier vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, wenn ihr mit der Maus über diese Vorschau fahrt und fahrt mal so den Rand ein bisschen ab, dann ändert sich plötzlich der Mauszeiger zu so einem Größenveränderungs Mauszeiger und es ist quasi so in Lightroom Classic wie ihr im Bearbeitungsmodul auch direkt im Histogramm die Farbwerte oder beziehungsweise die Helligkeitswerte verschieben könnt. So könnt ihr hier in der Vorschau auch so um die Ränder langfahren und dann mit Klick und Maus ziehen zum Beispiel die äußeren Ränder verändern oder die Breite der Abstände zwischen den Zellen verändern und damit eben auch die Zellengröße verändern. Das Ganze könnt ihr halt auch visuell machen, indem ihr einfach mit der Maus in der Vorschau an den richtigen Stellen klickt und zieht. Das ist dann nicht besonders präzise, weil seit 2013 wünscht man sich, dass man hier reinzoomen kann und dass es so einen magnetischen Schnapppunkt gibt für bestimmte Geschichten und das hat Adobe noch nicht für so wichtig erachtet, das zu machen. Deswegen mache ich hier gerade ein bisschen Werbung fürs Druckmodul. Schreibt ruhig gerne mal Feedback. Hier ist noch Potenzial. Finde ich aber ganz schön, dass man hier mal so direkt visuell eingreifen und manipulieren kann. Ja. Ich fühle mich manipuliert. Du fühlst dich manipuliert. Einen letzten Tipp möchte ich noch geben und zwar, wenn man etwas weiter herunterscrollt. Moment, lass mich kurz gucken. Ich habe es in meinen Aufzeichnungen. Im Page Abschnitt da waren wir noch nicht. Im Page Abschnitt gibt es den Bereich Page Options. Wenn ihr das nicht seht, müsst ihr mal diesen Bereich Page aufklappen und da gibt es im unteren Drittel den Bereich Page Options und da drin gibt es die Crop Marks und das sind diese Beschnittmarken und dann wird eben an jedem Zellenrand und am äußeren Papierrand werden so Schnittmarker angedruckt in so hellen Grau. Das ist dann ganz hilfreich, wenn ihr hinterher tatsächlich mit einem Schneidemesser, einem Rollmesser oder irgendetwas diese tatsächlich schon mal gemacht für so kleine Bilderrahmen und dann ist das ganz hilfreich, wo man schneiden muss, weil wenn man jetzt keinen Rahmen drumrum hat und dann vielleicht noch Bilder mit weißem Hintergrund hat, so schwarz-weiß Geschichten, dann ist nicht immer ganz klar, wo ist denn jetzt eigentlich genau die Schärfige. Damit kann man das dann machen. Und ein letzter Tipp, wenn ihr diese Kontaktabzüge gedruckt, um eben ein Archiv zu haben für euren Ordner oder ähnliches, dann ist es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man eine Foto-Information unter jedem Bild dazu gedruckt. Und das gibt es auch in diesem Page-Abschnitt unter diesen Page-Options ist nochmal ein eigener Punkt, den man anhaken kann, der nennt sich Foto-Info. Standardmäßig wird da der Dateiname hingedruckt, den das Bild hat, aber ihr könnt aus einer Liste von Dingen wählen, könnt zum Beispiel auch die Caption oder das Datum wählen oder den Titel, den ihr vergeben habt, das kommt aus den Metadaten von jedem Bild und ihr könnt auch auf Edit klicken und könnt euch dann einen Text zusammenstellen mit verschiedenen Informationen also wenn ihr eine Blendebildungsseite ein Kameramodell oder ein Objektiv oder was auch immer da haben wollt, dann könnt ihr euch also Daten aus den EXIF-Daten oder aus den IPTC-Daten zusammenstellen ihr könnt dann noch eigene Strings reinschreiben als Titel und ähnliches und könnt die unter jede Zelle drucken das hat zur Folge eben auch diese Fotoinformation in die Zelle hineingedruckt wird am unteren Rand dass die eigentliche Bild klare wird also diese Fotoinfo wird nicht ins Bild hineingedruckt und auch nicht in den Rand oder in den Rahmen so ich habe was mitgebracht und zwar ist das aus einem Mehrteiler von einem YouTube von einer YouTube Serie ein Videotipp und zwar CGI CGI also die Effekte die man so auf dem Video sieht du hast in letzter Zeit immer wieder vor allem so von so großen Studios die jetzt Hollywood Blockbuster machen wird dann öfters mal verlauten gelassen dass really really just invisible CGI also der sagt naja kein CGI ist halt in Wahrheit nur unsichtbares und unsichtbare Computer Grafik und macht das halt an diversen Beispielen fest das ist hier jetzt der dritte von vier teilen also insgesamt es lohnt sich diese komplette Serie sich mal anzugucken er macht das hier zum Beispiel am Barbie Movie Fest wo sie sehr drauf behaart haben dass das alles gebaut wurde und dass die also keine Fakerei gemacht haben und so weiter und naja ist halt die Werbung muss ich euch nicht antun ist halt so dass der Barbie Movie insgesamt und das haben dann zumindest die die das Zeug gebaut haben also die ich mach das mal wieder weg wegen rechten und so die die das Zeug halt gefilmt haben die haben halt dann sehr freigiebig erzählt dass sie halt hier irgendwie siebzehnhundert Effektshots drin haben in diesem Film weil halt alles die haben halt Sachen gebaut haben das aber dann ganz oft nur als Vorlage genommen damit sie in einem damit die Schauspielerinnen und Schauspieler in einer Umgebung drehen können in der sie halt dann auch tatsächlich mit Objekten interagieren können aber die wurden dann hinterher durch CGI ersetzt oder das Set war halt einfach nicht groß genug das hast können also musst so Set Extensions machen und so weiter also viele haben sie tatsächlich gebaut aber das natürlich großzügig durch CGI augmentiert oder ersetzt aus Platzgründen teils auch aus Kohlegründen aber du hast halt du hast halt die Interaktion mit dem Zeug von den Schauspielerinnen Schauspielern du hast halt die Möglichkeit dass das Licht stimmt halt besser Farben Reflexion stimmen und so weiter und du hast das halt als Vorlagen für 3D Scans und kannst dann mit Fotogrammetrie und so weiter dann die Sachen nachbauen oder nachbauen lassen als 3D Modell im Rechner also also hier 1500 VFX Shots also gut drei Viertel des gesamten Films haben halt fett CGI drin und in der Post Production wurde dann eben zum Großteil entschieden nee das ist mit CGI doch besser und wir hätten eh nicht die Zeit alle Miniaturen zu bauen und ökonomische Gründe und was halt interessant ist ist tatsächlich dass die die hinter den Kulissen dran arbeiten sehr offen damit umgehen aber die Studios sehr sehr vorsichtig sind weil ich vermute mal das ist so ein bisschen wie wenn du in eine Galerie gehst und da steht dann dran Tintenstrahldruck dann ist fühlt sich das nicht so wertvoll an wie wenn das ein Gigli-Druck ist obwohl das genau das gleiche ist also in diesem Fall handgemacht wirkt halt besser fühlt sich besser an weil bei diesem Medium ne das 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 die die Computerei das suggeriert ja auch so ein bisschen dass man einfach auf den Knopf drücken muss und dann ist das fertig so wie auch früher ja bei der Fotografie argumentiert wurde die müssen ja nicht mehr malen die können ja nur noch einen Knopf drücken und dann ist die Kunst fertig ohne genau wissen das ist Blödsinn ähm kleiner Schocker am Rande der da rausgekommen ist äh also Warner Brothers in diesem Fall aber andere die nicht nur nicht nur versucht die die CGI zu verschweigen sondern sie haben auch tatsächlich aus dem Bonus Material aus dem Behind-the-Scenes Bonus Material die Blue Screens und Green Screens entfernt das heißt du siehst du siehst in den hier Dreiviertelstunde Bonus Material siehst du tatsächlich hinter den Kulissen Aufnahmen vom Dreh und die sitzen halt vor einem recht schlecht gemachten äh Hintergrund da wird halt dann eine Landschaft oder ein Himmel reingeschnitten mit ganz schlechtem Key aber so dass man es halt nicht gleich merkt ähm das hat aber schon eine neue Qualität das hat eine ganz neue Qualität äh ein anderer Schocker aber sagt man sich nicht davor geschämt genau ein anderer kleiner Schocker ähm naja wobei das konntest du dir fast denken aber auch da im Promomaterial von ähm hier Mission Impossible 3 da haben sie halt hier Tom Cruise gezeigt wie er gerade einen Stunt aufnimmt aber du siehst halt so die Kameras und so also hinter den Kulissen aber selbst da haben sie dann irgendwie so ein so ein Drahtseil wegretuschiert in dem Behind-the-Scenes-Zeug damit dann das ist ein Narrativ was da gebaut wird dass der Cruise halt irgendwie den Scheiß selber macht und da keine kein Sicherheitshahn ist oder sonst was braucht also du kannst den du kannst den Bildern und dem Video hinter den Kulissen von den großen Studios nicht mehr trauen das ist die das verstehe ich nicht weil bei Tom Cruise zum Beispiel also er macht da ja schon ein Ding draus dass er seine Stunts da selber macht und das ist auch recht beeindruckend was er da so tut und da gab es auch diese Szene wo er von einem Gebäude zum anderen springt und dann halt an die Hauswand dran knallt und sich den Knöchel bricht und so ja das ist bekannt so und ich bin mir relativ sicher da das Making of von gesehen zu haben wo du eben siehst dass er an einem Seil hängt weil natürlich ist er gesichert dass er da nicht irgendwie 15 Meter oder 30 Meter abstürzt sicher aber gerade das fand ich halt so faszinierend dass ich sage okay der hat da zwar ein Seil dran der hat es aber trotzdem wirklich echt gemacht weil sie haben ihn nicht am Seil rüberfliegen lassen dass es dann künstlich wirkt oder so sondern es war nur ein Schutz dass er jetzt nicht 15 Meter abstürzt und das hat ihm jetzt geholfen als er sich da festgehalten hat aber selbst da hat er sich ja wieder selbst hochgerempelt und hat die Aufnahme zu Ende gemacht trotz des gebrochenen Knöchels und das hast du halt im Making of gesehen da muss man das doch nicht wegretuschieren so ein Zeug ja aber tun sie mittlerweile das weiß ich nicht ich finde das ohne besser ähm ja also jedenfalls ist das ein interessanter Blick hinter die Kulissen dieses diese Videoserie und ist natürlich genauso diese Greenscreens und so da also jetzt bin ich vielleicht nicht der normale Zuschauer aber wenn ich ein Making of sehe dann möchte ich auch wissen wo ein Greenscreen war und staune dann eher darüber weil ich würde ja auch wissen so als Fotografierender wie geht denn das wie haben sie das denn gemacht ich hätte zum Beispiel nie gedacht Monk kennst du die Fernsehserie Monk da gibt es halt auch eine Szene wo er da in San Francisco irgendwie steht im Hintergrund fährt das Cable Car vorbei und er spricht da irgendwie mit Stottelmeier oder so und da habe ich gedacht ja gut da haben sie sich halt hingestellt haben das halt gedreht im Hintergrund fährt das Cable Car vorbei ja nee das Cable Car im Hintergrund ja das On Location ist es teurer echt ja und vor allem wenn du das mehrfach drehen willst und du willst dass das Car vorbei kommt dann kannst du nicht auf Zufall warten und wenn es Bim 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 macht ist viel zu laut und dass das CGI ist das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten aber durch das Making of habe ich dann gedacht ach guck mal da ist noch viel mehr Fake oder eben optimiert sag ich mal es ist schon an der Straßenecke gedreht aber nicht zwingend an der an der wir glauben dass es gedreht ist als man so gemeinhin glaubt und ich persönlich finde das total faszinierend was da machbar ist und in welcher Qualität das müssen die mir im Making of nicht verschweigen oder wegretuschieren ja das ist der Versuch die das Narrativ zu kontrollieren übrigens eine kleine Geschichtsstunde die man da am Rande mitkriegt also das Verheimlichen von Tricks also früher gab es die Matte Paintings die wurden auch faszinierend die wurden auch wirklich lange verheimlicht dass dann halt irgendwie auch schon vor 100 Jahren also die die Visual Effects Leute die damals diese Matte Paintings gemacht haben und geguckt haben dass dann irgendwie irgendwelche Hintergründe ersetzt werden oder Vordergründe oder dass die dass das dann plötzlich sogar im Zweiten Weltkrieg aus dem Weltkrieg Propagandafilme wo dann plötzlich viel mehr Bomber im Film im Werbefilm zu sehen sind als da tatsächlich waren und so weiter dass also diese diese Visual Effects Leute die sind damals schon kaum in den Credits aufgetaucht weil man wollte das verheimlichen aber warum warum muss ein großes Set bauen wenn das auch ein Gemälde tut das ist tatsächlich eine ökonomische Frage ganz oft naja also die Diskussion ist klar und natürlich ist die Diskussion auch für die Fotografie was ist noch Edit was ist schon Manipulation das siehst du heute bei Fotowettbewerben und so wie weit darfst du gehen ist Kontrast anpassen okay ist Farben anpassen okay oder damit erzählst du ja auch schon ein Stück weit Geschichte das störenden Ast weg machen ist das noch okay richtig also wir das Thema haben wir schon oft gehabt aber hier wird es nochmal sehr deutlich dass im Film naja gemacht wird was halt geht und was und was halt letztendlich auch hilft in seinem Budget bleibt tja was auch faszinierend ist man auch so mit Painting muss erst mal gemalt sein das sind auch riesen und riesen Bilder teilweise das ist faszinierend ja tolle Sache guckt mehr Making-ofs kann ich nur empfehlen der Film ist meistens gar nicht so gut aber die Making-ofs guckt mehr Making-ofs ich habe noch einen kleinen Hinweis auf ein Video und zwar in Technology Connections das ist so ein sehr nerdiger YouTube Kanal der so ganz viel alte Technik erklärt und so weiter gibt es ein Video das ist hier auch schon von mehreren Seiten reingereicht worden auf verschiedenen Medien und verschiedenen Wegen über die Blitzbirne wie hast du dich gerade genannt es fing ja es fing ja 1880 irgendwie an mit Blitzpulver da hat man dann so Magnesium Kaliumchlorat irgendwie gemischt und angezündet auf so einer Winkelschiene hat das einen recht hellen Blitz gemacht und viel Rauch ab 1920 gab es dann tatsächlich Blitzbirnen die waren aber damals ab 1920 schon oder in den 20ern aber die waren nicht die waren zu teuer das sind dann so diese Glasbirnen die haben da so Metallspäne drin und Sauerstoff und werden dann elektrisch gezündet einmal dann genau 1930 dann der Elektronenblitz so ungefähr so mit Xenon Gas gefüllte Glasröhre die haben wir heute noch im Prinzip wo dann eine hohe Entladung aus dem Kondensator reingeht und das dann hell aufblitzen lässt also so ganz kurz bis zu irgendwie so ein Megawatt Leistung was da mal eben schnell aus so einem Blitz rauskommt oder mehr aber das war damals für die Masse auch noch nicht erschwinglich und so ab den 1960ern ungefähr wurden dann diese Blitzbirnen quasi für alle erschwinglich also da konnte man die dann kaufen und jede Blitzbirne hatte dann noch drumrum so eine blaue Folie weil also das war zum einen tatsächlich eine Farbkorrektur zum anderen aber auch ein Schutz weil diese das Glas von dieser Birne einfach kaputt geht durch die starke Hitze und dann muss das irgendwie gefangen werden wer die alten Blitzbirnen noch kennt so aus den 70ern 80ern da hattest du dann immerhin nach dem Blitzen hattest du dann haben die Blasen geworfen die Dinge auf weil vor Hitze das dann irgendwie angefangen hat zu schmoren und zu rauchen und da geht es also jetzt in diesem Video so ein bisschen um die Geschichte dieser Blitzbirne und wie die funktioniert und die Technik und dann kommt taucht plötzlich aus dem Nichts auf die einer von den Slow Mo Guys der der wie heißt er egal also einer von den Slow Mo Guys das sind die Jungs die auf YouTube immer so diese super High Speed Videos machen und die versuchen dann mal so eine Blitzbirne und wie die abbrennt auf hier 200.000 Frames pro Sekunde einzufangen Oha und da wird es dann interessant weil die dann tatsächlich halt ja so mit Kleinigkeiten kämpfen müssen zum Beispiel das zu belichten weil sie blitzt ja relativ hell nicht ja aber es ist also es ist total ist total spannend vor allem weil du dann auch plötzlich Sachen siehst die halt so normalerweise gar nicht klar waren zum Beispiel dass da teilweise in den in den Blitzbirnen die dann später ohne Batterie oder ohne elektrische Zündung funktioniert haben die hatten eine mechanische Zündung da war so eine federgespannte federgespanntes Stück Draht was dann gegen den Fuß dieser Birne geschlagen hat und das hat dann eine Explosion ausgelöst da ist im Prinzip das gleiche Zeug drin was auch bei Pistolenpatronen die okay das das Pulver zündet ist dann in diesen Blitzbirnen unten drin und auch innen in diesem in dieser Blitzbirne ist dann irgendwie noch so explosives Material drin also du hast ja so eine kleine Explosion quasi gehabt um Blitze auszulösen also es ist ein schönes Video es ist interessant es ist ein es ist ein für Nerds für Nerds ist das super geeignet und wer mal sehen will wie eine Blitzbirne funktioniert und abbrennt viele von uns kennen die noch aus ihrer Kindheit vor allem Blitzwürfel kennst du noch Blitzwürfel die kenne ich noch ja ja wo du dann so einen Würfel hattest der vier Blitzbirnen hat und vier Reflektoren und nach bei jedem Mal auslösen dreht der sich dann um 90 Grad damit dann der nächste unverbrauchte Blitz die nächste unverbrauchte Blitzbirne vorne ist eigentlich eine unglaubliche Menge an Müll die du damit erzeugst es ist tatsächlich so heutzutage undenkbar also ich kenne zum einen die Würfel noch die waren ja ganz modern weil sie sehr kompakt waren die konntest du gut auch mitnehmen irgendwo zu einer Veranstaltung und dann hat sie irgendwie weiß ich so deine vier fünf Blitzwürfel in der Tasche und konntest dann damit blitzen mal auf der Feier was ich aber auch noch kennengelernt habe sind die diese Batterien diese Blitzbatterien also wo du dann irgendwie so weiß nicht waren das sechs oder acht Blitze so an so einem Stück untereinander hattest ich glaube zwei nebeneinander und dann gab es in verschiedenen Formaten die Dinge und dann ging halt immer der nächste dann los immer so da rein durch das kenne ich auch noch damals das war noch Zeiten gut apropos Zeiten wir haben noch Fragen ja über den Slack im HS Fragen Kanal da kam von Miriam die Frage ob schon jemand ein AstroPad Slate also die App AstroPad Slate mit iPad und iMac ausprobiert hat ich kann es leider nicht weil unser Mac zu alt ist was ist das das ist eine App die macht aus dem iPad ein normales Zeichentablet also das Display wird dann schwarz aber es reagiert noch auf deine Stifteingabe wenn du mit dem Pen arbeitest da gibt es noch mehrere solche Apps kannst du halt auf dem Tablet so tun als wenn das dein Zeichentablet ist dein Grafiktablet ein Vacom-Tablet oder sowas und nee habe ich noch nicht ausprobiert Miriam weil erstens ich habe kein iPad ach so das lässt dich da zeichnen aber das Zeichnen findet auf dem Mac auf dem Mac statt ah also quasi genau so Vacom oh jetzt verstehe ich es okay also dein iPad ist quasi eine Peripherie dann wenn du so möchtest kenne ich nicht habe ich noch nicht probiert habe ich nicht ich habe auch kein iPad die Frage die ich mir halt stelle ist warum zum Geier weil auch bei den Vacom-Tablets war es ja so dass der richtig geile Scheiß ja die Tablets waren die ein Display hatten ich sag dir warum damit du auf dem Bild was machen ich sag dir warum weil du am Rechner halt eine Software hast die nur am Rechner läuft aber du gerne mit so einem Tablet die per Stift bedienen möchtest das ist auch super aber ich möchte trotzdem auf dem Tablet sehen wo ich den Stift hinlege was ich da manipuliere also so wie das die Vacom-Tablets gemacht haben die halt das Display rüber gespiegelt haben das wird diese Firma mit dem Apfel nicht zulassen naja es gibt ja eine Spiegelung ja aber nicht nicht dann das Eingabe ich glaube das wird ich glaube da muss ich mich ja nicht drum kümmern das ist eine Aufgabe der App-Entwickler nicht wahr also wie gesagt einfach nur ein schwarzes Tablet als Zeichentablet keine Ahnung ich wüsste jetzt nicht wo da der große Vorteil wäre außer wenn du unbedingt mit einem drucksensitiven Tablet arbeiten willst und sonst nichts also wenn man es eh schon hat dann ist das wahrscheinlich ja der Erik hat geschrieben hallo zusammen ist es nur bei meiner Nikon Z6 so dass beim manuellen Blitzen also nicht TTL in den EXIF-Daten kein Blitz vermerkt wird obwohl der Blitz gefeuert hat ja das ist so in den EXIF-Daten dieser Flash oder Blitz Abschnitt da wird immer stehen not fired also nicht kein Blitz nicht gezündet was auch immer weil die Kamera es nicht wissen kann wenn es manuell gefeuert ist denn nur wenn du die erweiterten Kontakte benutzt also die Kommunikation zwischen Kamera und Blitz dann weiß die Kamera auch das geblitzt wurde mit welcher Leistung geblitzt wurde was der Blitz an Entfernung erkannt hat und so weiter und so fort und dann kann das eingetragen werden in den EXIFs beim manuellen Auslösen wenn also tatsächlich nur über den Mittenkontakt ausgelöst wird naja da ist es so wenn du die Kamera also vor allen Dingen wenn du sie auf den manuellen Modus stellst aber auch sonst immer wenn der obere Vorhang oben anstößt dann wird geblitzt also dann also der Kontakt wird quasi bei jedem Mal fotografieren eh geschlossen bei jedem Mal fotografieren ist das heute immer noch so wird quasi der 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 ja ja das ist noch so müsste so sein da wird das einfach gezündet sagen wir mal so also liegt halt dann der Kontakt an wenn du so willst und wenn da halt jetzt ein Blitzgerät drauf ist was diese beiden Kontakte eben dann verbindet dann blitzt der Blitz halt aber das weiß die Kamera nicht weil es gibt kein Feedback dazu und deswegen steht da immer drin nicht gezündet das ist hier bei meinen ganzen Strobistartigen Bildern auch so wenn ich hier mit der mit der 5D oder jetzt mit der R6 und den Pocket Wizard 2 oder Pocket Wizard X die nur bei dem Mittelkontakt arbeiten gearbeitet habe kann ich anhand der EXIF Daten nicht herausfinden ob da geblitzt wurde oder nicht ist also ganz normal Prinzip bedingt und Regina schreibt noch es gibt bei uns im Slack muss ich vorausschicken eine einen Kanal der heißt Raw4U und der funktioniert so dass MitgliederInnen in diesem Kanal eigene Raw Dateien zur Verfügung stellen die von den anderen bearbeitet werden dürfen da geht es jetzt nicht um herausragendste Bilder und die geilsten Sachen sondern es geht um Spaß haben um Experimentieren und um neue Dinge kennenlernen und alle bearbeiten quasi immer wieder das gleiche Bild und dann werden die unterschiedlichen Ergebnisse gezeigt das ist eine echt coole Übung und da lernt man auch sehr viel dabei am Ende gibt es dann in der Regel eine Übersicht von allen Bearbeitungen und dann kann man eben nochmal gucken Mensch was hat denn der oder die da gemacht ach das ist ja interessant hier die Kontraste anders oder die Farbe oder den Crop anders gemacht und 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 finde ich eine ganz spannende Sache aber dort in der Gruppe sind sie eben immer auf der Suche nach neuem Raw Material weil man muss natürlich auch Fotos haben und das sollte ein bisschen mehr als jetzt vielleicht nur ein Schnappschuss auf den Küchenmüll sein also ein bisschen Bild darf es ja schon sein und da möchte man natürlich mal Bilder haben auch von verschiedenen Leuten also wenn ihr Bock habt da mitzumachen Regina schreibt die Frage ob ihr mal aufrufen könnt das habe ich hier gerade gemacht Fotos in den Fundus für die Raw4U Bearbeitung zur Verfügung zu stellen und es gibt da ein Google Dokument wo ihr eben Links zu den Bildern eintragen könnt das will ich in den Shownotes nicht direkt verlinken weil das ist dann so öffentlich wer weiß wer ist denn das ist ein offenes Dokument wo auch jeder drin editieren darf das halte ich für ein bisschen zu riskant aber geht in den Raw4U Kanal R-A-W-4-Y-O-U das ist ein Kanal im Happy Shooting Slack und da findet ihr dann mit Sicherheit auch oben angepinnt die entsprechenden Informationen und wenn ich einfach fragen dann macht da mal und es ist echt das ist echt eine coole Übung und dann eben auch die Möglichkeit das zu diskutieren Mensch was hast denn du da gemacht dass das so aussieht und das gehört auch immer dazu also wenn eine Bearbeitung stattfindet dann wird auch kurz dazu geschrieben was gemacht wurde wenn das nicht sowieso offensichtlich ist ja kann man eine Menge dabei lernen genau so dann haben wir noch über happy shooting.de slash high das ist da wo ihr eure Fragen und und Anekdoten und solche sonstigen Dinge reinwerfen dürft haben wir noch eine eine Eingabe von Dragon's Love bekommen hallo Boris und Chris seit vielen vielen Jahren höre ich euren Podcast Trago's Love hätte ich jetzt gesagt aber ist okay Trago, Trago, Droh egal hallo Boris und Chris seit vielen vielen Jahren höre ich euren Podcast und jetzt habe ich endlich mal Anlass mich mit einer Frage an euch zu wenden ich fotografiere schon sehr lange und rechne mich eher der Abteilung Landschaftsfotografie zu jetzt wurden wir von unseren Nachbarn zu deren goldenen Hochzeit eingeladen in einem Anflug von Leichtsinn habe ich den beiden angeboten die Feier fotografisch zu begleiten und zu dokumentieren was die beiden auch direkt sehr dankbar angenommen haben so langsam dämmert mir aber worauf ich mich eingelassen habe circa 40 Gäste überwiegend alte bis sehr alte Menschen im örtlichen Dorf Gasthof eher Eiche Rustikal klein und eng warmes Buffet und zwischendurch Spielchen und Gedichte habt ihr Tipps und Hinweise wie ich an eine solche Veranstaltung fotografisch rangehen könnte mit welchen übrigens Boris macht hier nebenher im Video schöne Grimassen nur für die die das jetzt bei Audio hören mit welchen technischen oder kreativen Herausforderungen würdet ihr rechnen und wie würdet ihr fotografisch damit umgehen ich plane mitzubringen eine Sony A7 IV mit Aufsteckblitz Zoom Objektiv 24 bis 70 F4 Festbrennweite 35 und 85 jeweils 1,8 ich bin für jede Idee und Hinweis dankbar ebenso riesen Dankeschön an euch für eure Arbeit am Podcast herzliche Grüße und Happy Shooting Drago Drago ich wir haben diese Frage wie gehe ich jetzt auf eine große Veranstaltung mit Sachen um haben wir hier schon ein paar Mal beantwortet da kannst du vielleicht mal die ein oder andere Sendung nennen aber müsste ich aber generell also so wie du das so wie du das jetzt geschildert hast würde ich mir da nicht zu viel Stress machen du wirst mit du wirst mit mit der 35er 1,8 dort und einer hohen ISO ohne Blitze ohne großen Aufwand wirst du Bilder machen mit der Sony A7 IV wirst du ohne Blitz ohne alles da Bilder machen die alles alles in den Schatten stellen was die mit ihren Smartphones und ihren Knipskameras tun die meisten zumindest du wirst Boris schüttelt den Kopf es ist schon faszinierend was diese Smartphones in diesen Bedingungen heutzutage hinzaubern aber du kriegst mit deinen 1,8 andere Schärfentiefen hin kannst Sachen mehr rausarbeiten kannst wieder mal Detail picken ich würde ich würde das 35 und das 85 mitnehmen und eine Runde mit dem 35 als mit dem 85 machen gucken dass jeder drauf ist und dass die Leute vielleicht nicht gerade beim Essen mit halb offenem Mund wo sie sich gerade einen Schnitzel reinschieben irgendwie fotografiert werden damit die auch nicht aussehen machst gehst eine Runde und quatschst mal jeden kurz an und dann grinsen die dir in die Kamera und freuen sich das klingt jetzt abfällig ist gar nicht so gemeint das die werden wahrscheinlich mit dem was du da tust ist immer noch schwer genug aber versuch dich das ist mein Bauch sagt lass das mit dem Geblitze du wirst da wahrscheinlich eh wenn das reiche rustikal ist wirst du eine Holzdecke haben von der kannst du nicht bouncen das sieht doof aus frontal geblitzt ist nicht schön nimm was du hast an Licht die Kamera kriegt das mit dem automatischen Weißabgleich vermutlich sehr gut hin fotografieren auf jeden Fall nimm genügend Details mit aber auch Szenen wo die Menschen drauf sind und wenn die Spaß haben und übertreib es nicht mit der Technik sondern konzentrier dich auf die Bilder deine Technik kriegt das gut hin ja das also Blitzen unterstreiche ich versuche nach Möglichkeit ohne Blitz auszukommen weil normalerweise ist so eine Veranstaltung auch eher sagen wir stimmungsvoll beleuchtet also in der Regel hast du dann irgendwie Kerl Eiche Rustikalkneipe da ist da ist eher düsterlich so ein bisschen ja aber mit 40 Leuten sitzt du nicht an der Kneipe also da hast du dann schon auch gedeckte Tische da hast du eine Tischdecke da hast du Landgasthof Dorfgasthof da hast du irgendwelche Namensschildchen also wie bei einer Hochzeit auch häufig du wirst irgendwelche Lampen an den Wänden haben die eher so indirektes diffuses Licht machen die großen mit gelben Glaskolben über den Glüben die großen Deckenlampen da gibt es zwei Klassiker nämlich so ganz flache riesengroße runde Lampen oder wirklich tatsächlich bei hohen Decken so herabhängende Lüster die werden entweder gedimmt sein oder ganz aus sein das wirst du dann schon sehen aber tatsächlich mit einem 1,8 Blende wirst du da gut arbeiten können versuch das pick dir einzelne Leute raus pick dir Pärchen raus pick dir Freunde raus sei bei der Begrüßung dabei wenn die sich dann vielleicht auch nach Jahren mal wieder sehen und in die Arme fallen und einen lustigen Talk halten also sei bei der Situation dabei wenn die Spielchen gemacht werden such dir mal so ein, zwei, vielleicht drei verschiedene Positionen von denen du das Ganze beobachtest dass du dann hinterher wenn die Bilder angeguckt werden dass du nicht jeden Lesenden und jeden Spielenden immer von derselben Position in derselben Blickrichtung hast das ist langweilig also bewegt dich viel wenn es eine Bühne oder irgendetwas gibt oder wenn an irgendeiner Stelle die Spiele stattfinden geh auch mal auf die andere Seite sodass du dann eben das Pärchen wenn es auch von hinten zu sehen ist so hast dass du die Gäste mit im Bild hast dass du also einen Blick Richtung Gast wirfst so wie eben das Paar dann eben auch ihre Gäste anschaut nimm diese Position auch als Fotografierende mit ein und das ist eine goldene Hochzeit das heißt die laden ein dann würde ich die bitten auch vielleicht den anderen mitzuteilen dass du deine offiziellen Funktion da bist mit der Kamera das haben die schnell raus okay ja man muss halt entsprechend auch auftreten muss sagen hey ich fotografiere das hier oft bist du ja bekannt wenn du da jetzt was hat er geschrieben 40 Leute 40 Leute gehört zur Familie oder Freunde oder Nachbarn Nachbarn ja also er ist bekannt dann wissen die das ist der mit der Kamera das wird sie schon rumsprechen ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe nicht beim Essen goldene Regel weil es gibt immer scheiß Bilder außerdem wollen die Leute auch mal Ruhe haben und Spaß haben beim Essen aber gerne nach dem Essen also wenn dann irgendwo Tanz ist und die Leute sitzen dann aber mal ruhen sich aus am Tisch oder schnacken noch am Tisch schnapp dir ruhig auch mal am Tisch ein paar Paare und lass sie sich mal ein bisschen enger zusammensitzen arbeite ein bisschen mit einer tieferen Position du kriegst das schon hin und beim nächsten Mal rufst du mich ja ich mach sowas für Geld du bist zu weit weg und ich mach's gern und zu teuer ich bin gar nicht so teuer ich mach's wirklich gern gut kommen wir zu den Terminen wir haben nämlich einen Termin und den lese heute mal nicht ich vor sondern den lest der Jürgen vor Hallo Community jetzt die Fotoausstellung der Woche heute in Berlin in den nordischen Botschaften im sogenannten Vellehus die Ausstellung die Sauna echt heiß echt finnisch anhand von Fotos von Susa Janola Lisa Dakala und Alexander Lemke bietet die Ausstellung einen Blick in die heutige finnische Saunakultur und selbstverständlich kann man die echte finnische Sauna hier auch hautnah erleben und selbst saunieren Laufzeit noch bis zum 14.04.2024 jeweils von 10 bis 16 Uhr der Eintritt ist frei 3 2 1 happy shooting ist das mal geil oder was wie genial ist das wir haben jetzt einen offiziellen Termin Außenkorrespondenten Jürgen das machst du doch in Zukunft ohne Quatsch immer für alle Termine oder das wäre doch geil ohne Quatsch was für eine Stimme sowieso und wenn wir also stell dir mal vor wir hätten das jetzt so als Community Beitrag vorproduziert für jede Sendung die Termine aus unserem Dokument du kriegst auch gerne Zugriff auf unseren Termin Inbox hier wenn du willst das ist geil ich bin noch ganz also danke Jürgen wirklich wirklich vom 26.01. bis zum 14.04. in der nordischen nordischen Botschaft in Berlin Felleshus sehr schön vielen Dank ja solltet ihr auch Termine haben dann geht oder wolltet solltet ihr Termine sucht dann geht auf happyshooting.de slash kalender da findet ihr sowohl die bestehenden Termine als auch die Möglichkeit Termine einzutragen und vielleicht liest der Jürgen die mal wieder vor vielleicht Tja wenn ihr ganz lieb bitte sagt genau alle alle jetzt Jürgen schreiben wir sind am Ende der Sendung oder sind wir noch nicht denn wir haben noch eine Aufgabe auf Mist ich hab ja das mit den Aufgaben wir haben die HSB Timing Aufgabe da habt ihr Fotos geschickt tatsächlich wir haben neun qualifizierte Bilder oh jetzt fehlt mir aber der Link ne eins ist disqualifiziert das ist glaube ich zu alt gewesen oder zu neu gewesen also bleiben acht darf ich den Zehner Würfel nehmen Entschuldigung ich muss jetzt erstmal noch den Link suchen ich dachte den hättest du eingetragen den hab ich eingetragen nein den zweiten Link für die äh für Flicker nicht der Hintergrundlink sondern der Vordergrundlink ach so ne hab ich nicht hast du nicht siehste und jetzt bin ich am suchen und warum hab ich das nicht ich weiß nicht warum du das nicht möchtest du den haben ja den hätte ich gerne weil sonst kann ich ja die Bilder nicht vorzeigen Herr Nienke ja das ist doch ist doch ist doch alles kaputt ist alles kaputt ist er drin ist er drin ok warte warte ich ich hab natürlich die von unserem Auswertungstool ähm ok und hier ist die Timing oh da hätte aber noch ein bisschen was mehr gehen können ich seh zwei vier sechs sieben acht Bilder seh ich hier kann das sein neun sind es aber wie gesagt eins ist eins ist disqualifiziert eins ist disqualifizierend ähm was gibt's denn zu gewinnen warte mal ich muss mal hier in die Kiste gucken und wir haben tatsächlich noch einen L-Winkel übrig yeah sehr schön also L-Winkel gibt es zu gewinnen und wir das sollte jetzt mal schnell gehen komm nimm den Zehnerwürfel ich hab keinen Zehnerwürfel beziehungsweise doch dann nehm ich nur den äußeren dann geht's schneller oder nur den inneren mir egal ähm ne ne ich nehm den äußeren ich nehm den äußeren also wir haben ich hab hier einen mit zehn Seiten ja ich hab auch guck mal hier der hat der hat zehn äh seiten außen und zehn seiten innen aber ich nehm jetzt nur den Außenwürfel auf die Plätze fertig und die sieben hat gewonnen fertig so schnell geht das so schnell geht das und die sieben warte mal hier das ist hier bei uns die sieben das ist oh ja mhm ja das ist das hier oder sehe ich das richtig von Klaus ja hab ich hier auch ja äh mit richtigem Timing stoßen die Murmeln zusammen Timing Dunkelfeld Fotografie vor LED TV ah das ist äh siehst du siehst du hier bei der einen rollen denn da hinten diese diese vielen Wiederholungen von der Lichtkante ja das ist das das ist das flackern vom Fernseher überhaupt äh so ein LED Panel oder Fernseher dann als als Hintergrundbeleuchtung zu nehmen pulsiertes Licht halt dann das ist noch pulsiertes Licht genau ja sehr schön Klaus du hast gewonnen schick eine Mail an chris at herpeshooting.de das sieht wirklich spannend aus so in diesem tiefen dunkelblauen Hintergrund also man hat quasi nur eine Ahnung dass es eine flache Ebene ist weil man die Reflexion dieser Kugeln nach unten hat diese aber auch sehr starke Reflexion also das ist fast wirklich wie gespiegelt also Timing an vielen an vielen Sachen einmal die Bewegung und die die Taktung des Lichtes und dann die Unschärfe durch die Bewegung der Kugeln oder die Kamera ist nicht bewegt weil sonst wäre die linke Kugel ja auch bewegt also da ist da ist viel Spielen auch dabei bei so einem Bild da musst du viele Experimente machen das Licht macht mir echt Spaß also auch wie so die diese Seitenkante dieser Kugeln da hervorgehoben sind tja durch die helle Reflexion sehr sehr schön sehr schön ansonsten haben wir hier noch ähm die alte Polaruhr das ist das disqualifizierte genau das ist die alte Uhr das ist das disqualifizierte ansonsten haben wir hier noch Bewegung drin in diesem Fall eine einfahrende S-Bahn oder abfahrende kann man nicht sagen ähm was nehme ich noch anhand des das ist doch geil ein Kuchen Frank hat einen Kuchen äh gepostet mit mit einer Kerze mit einer Kerze und die Kerze hat einen Schriftzug fuck you're old das geht mir jedes Mal so wenn ich in den Spiegel gucke das kann ich nicht mehr machen aber also ähnlich zu dem Bild was wir gerade hatten hat zum Beispiel Heimiebe auch ein ähm Foto gemacht mit einem Hammer der gerade auf einen Nagel schlägt und das eben auch von der Langzeitbelichtung her so dass man quasi die Bewegung und den Einschlag äh im Bild hat auch sehr faszinierend ja schön dass ihr alle viel Mühe mitgemacht habt sehr geil nächstes Mal ähm gerne wieder neue Aufgabe läuft ja die Filteraufgabe HSB Filter ist die Aufgabe und die läuft noch bis zum 29. Februar richtig ansonsten wir sind dann in der Woche wieder da live am Dienstag 18 Uhr wie immer und ihr so mitmachen und überhaupt bis dann vielen Dank an Halberam für die tolle Unterstützung und das sowieso macht's gut 3 2 3 2 achso happy shooting happy shooting 3 2 2 3 2 3 2 3 3 Vielen Dank.